Hallo, herzlich willkommen zum Sports Friends Turnier! Mit einer komplett anderen Besatzung. Mit einer komplett anderen Besatzung. Wir dachten nämlich, was kann man am Brückentag machen? Lass uns ein dickes Turnier planen, wo niemand im Haus ist. Fantastisch. Und wir haben aber nicht nur Sports Friends am Start, sondern wir dachten uns, wir nehmen nicht nur die vier Minispiele aus Sports Friends, sondern nur zwei daraus, weil die am coolsten sind. Und dazu noch Kung-Fu, weil Kung-Fu einfach ein geiler Einstieg ist. Wer es nicht kennt, das ist aus Rayman Legends, was jetzt schon ein paar Jährchen alt ist. Ich freue mich über den Titel. Kung-Fu? Das heißt Kung-Fu, oder? Erster Fehler schon. Deswegen starten wir mit Kung-Fu. Gut, aber ich erkläre kurz mal. Erstmal, hallo Bella. Schön, dass du da bist. Hallo Moritz. Hallo. Wir haben alle am Start. Dima ist am Start. Wirt ist am Start. Du bist am Start. Wie war dein Name nochmal? Flo, hey. Flo, hey. Na? Guten Tag. Hallo. Du bist am Start. Auch schön, dass du da bist. Chiara ist am Start. Und Chiara ist auch am Start. Damit haben wir alle acht zusammen. Und wir werden natürlich wieder Teams losen. Und ich weiß noch gar nicht, wer will denn die Glücksfee sein? Oder die Losfee? Flo. Ich bin Lose gerne. Sehr gut. Du siehst auch gerade aus im Chat, dass du aussiehst wie eine Fee gerade. So gut. Das kennen wir gar nicht. Ich hab aber nur gelesen, be careful with that skirt. Und CD vier Beine. Sehr schön. Kurz zum Ablauf. Wir haben dann Teams. Also wir werden wieder Teams losen, hatte ich ja eben schon erwähnt. Das ergibt aber nicht so viel Sinn, einen Baum, also einen Turnierbaum mit vier Teams irgendwie zu bauen, weil dann bist du direkt im Halbfinale. Ja. Quasi. Deswegen dachten wir, jeder gegen jeden, also jedes Team gegen jedes Team. Und damit kommen wir pro Runde auf sechs Spiele. Und sind dann, wenn wir hier nach zwei Stunden durch sind, bei 18 Spielen insgesamt. Das klappt nicht. Aber keine Sorge, das sind relativ kurzweilige Spiele. Man kann nämlich auch einstellen, wie lang die sind, wie viel Tore und so weiter und so fort. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal starten wir in Runde eins mit Kung Fu. Aber wir brauchen natürlich erstmal die Teams. Deswegen Flo. Soll ich einfach hier so in diese sehr schön vorbereitete... Spannende Musik los? Da warst du den ganzen Tag dran. Red das jetzt nicht schlecht. Okay. Und sonst ist Bella. Bella. Ich schreibe es schon mal auf. Wer hat jetzt Angst? Bella ist schon mal in Team eins. Jetzt kannst du dir schon mal merken. Du bist in Team eins. Wird jetzt der Partner oder die Partnerin? Okay. Doom. Doom. Bella und Doom sind in einem Team. Lass nicht böse sein. Nein, nein. Ich möchte mit Chiara in einem Team sein. Die war nämlich mal E-Sportlerin. Ey, du brauchst... Oh, Flo. Ich dachte, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Sie hat mal Professor in der E-Sport. Team zwei Flo und Partner oder Partnerin? Viert. Viert. Nice. Flo und Partnerin Viert. Sehr schön. Hallo. So, und Team drei sind... Chiara. Chiara. Mal gucken, ob der Wunsch in Erfüllung geht. Ey, Chiara, wir werden perfekt ausgeglichen. Tima. Perfekt ausgeglichen. Tima! Yeah! Oh Mann, ey, das ist schon wieder das Über-Team, ne? Ey, mal sehen, mal sehen. Das Ding ist herzig. Okay, wo willst du nicht? Sind es in Team vier dann? Genau. Genau. Wir moderieren mehr als das nicht spielen, würde ich sagen. Ich guck nochmal kurz, um zu gucken, ob hier keine Fälschung vorlag. Genau. Nicht durchgestrichen Sandruhen gestrichen. Mhm. Ich war das nicht. Das finde ich stark am Ort. Flo und Bella sollen kurz die Outfits tauschen, weil Flo so starke Beine hat jetzt. Können wir auch nur den Rock tauschen? Das können wir, also... Ja, aber meine Beine sind mein Schwachpunkt. Oh, wirklich? Was? Meine Beine sind so schlecht, ey. Wie viele Leute schon schauen uns gerade zu? Ähm, weiß nicht. Aber kurze Frage mal in die Runde. Wer hat denn immerhin schon mal Kung-Foot gespielt? Jo. Ich hab schon mal Computerspiel gespielt. Ey, dann hast du dich schon mal qualifiziert in dieses Turnier. Ähm, du auch wahrscheinlich? Nur du? Ne, ich hab's jetzt gerade fünf Minuten im Trainingsmodus gespielt. Okay, das ist ne gute... Also ich weiß, welche Knöpfe ich finde. Gute Voraussetzungen. Fünf Minuten mehr als ich. Und wer hat Sports Friends schon mal gespielt? Echt? Jo. Ja, das ist ja sehr durchwachsen. Ey, Kung-Foot hab ich wirklich schon mal gespielt. Ich meine, rein. Dima war mal so richtig geil gewesen. Sehr gut. Ich hab das gar nicht, das Spiel. Dima hat das programmiert. Also ich hab sehr viel davon gehört. Das soll sehr gut sein. Einfach lokaler Multiplayer im Grunde. Genau, ich dachte halt, das ist einfach ein guter... Also erstmal das hier, Kung-Foot ist erstmal ein guter Einstieg. In Runde eins treten erstmal gegeneinander kurz zum Prozedere überhaupt. Das hab ich ja noch gar nicht gesagt. Der Sieger, das Sieger-Team bekommt drei Punkte. Ist halt wie ne klassische Fußballtabelle, sag ich mal. Unentschieden gibt's auch bei allen drei Spielen, soweit ich weiß. Da gibt's dann einen Punkt. Kein Sun-Death, ne? Kein Sun-Death. Und wir führen das alles natürlich nochmal zusammen. Und zeigen euch das zwischenzeitlich, wie die Punktestände sind und so weiter und so fort. In Runde eins. In Runde eins. In Runde eins. Spielen erstmal Team eins gegen Team zwei. Das sind Bälle und Doom gegen Flo und Wirt. Okay. Deswegen bitte ich euch nach vorne. Moin. Darf ich mit dir tauschen? Ja klaro. Leg los. Was? Ja, naja, ist ja sonst ein bisschen blöd. Okay Flo, du hast fünf Minuten Erfahrung. Okay. Ja man. Tausch mir einmal die Plätze. Dann musst du dich hier hinsetzen. So. Hier ist der erste Controller. Wer möchte der haben hier bitte? Ey, ganz ehrlich. Okay, also den Ball schließen wir jetzt. Okay? Das ist der Plan, ja. Also wir sind jetzt Team Bites. Wir sind Team Bites. Wir sind Team Bites. Wir sind Team Bites. Ich bin überrascht, dass niemand so richtig geübt hat. Also abgesehen von Flo, der jetzt fünf Minuten sich das mal kurz angeguckt hat. Ja wie denn? Hat niemand heute sich das irgendwie mal angeschaut, wie das so funktioniert? Ja wie denn? Ich dachte, wir machen wirklich Sport. Am Brückentag sind alle Haas am Abend gewesen. Ich hätte gerne einen kleinen Stuhl. Fuck. Achso. Okay, warte. So, dann gehen wir mal in den Kung-Foot-Modus. Kung-Foot besteht, also es ist eigentlich super einfach zu erklären. Fußballspiel aus der 2D-Perspektive. Ähm, 2 gegen 2. Es gibt eigentlich nur eine Schlagtaste und eine Sprungtaste. Das ist eigentlich alles. Ja genau, wir sind rot. Genau. Das linke Sofa rot. Und das lechte Sofa blau. Sind die Pips auch so? Und mit X an dem Ding springt. Und dann? Ja. Im Fußballmodus musst du gerade den Ball schlagen. Haben wir eine Taktik? Ich mach ein Tor. Ja. Ja. Nein. Achso. Willst du? Ich kann auch. Ja. Warum bist du nicht beim Bild? Deswegen war es ganz schön. Ja. R2. Du hältst hinten die Tasten und kannst schneller laufen. Ja. Ja. Nein. Bist du bereit, Bella? Na, gar nicht. Ich hätte mal üben sollen. Nein. Nein. Da verlässt du dein Tor einmal, ne? Okay, haben wir ja wenigstens alle schonmal die Tastenbelegung drauf. Okay. 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 Nein. Jawohl. Sehr gut. Ich verlasse das Tor jetzt nicht. Ich muss mal. Nein. Oh, das Tor verlassen wir ab. Ja. Okay. Sorry. Nein. Oh, dumm. Fuck. Fuck. Scheiße. Ah nein. Auch wieder dumm. Ja. Ja, ja, ja. Flo, du machst das. Nein. Nein. Das ist schon mal relativ spannend. 2 zu 3. Eine Minute nur noch. Oh, was? Wir haben uns da ziemlich kurz rum zu machen, damit wir auch eine schöne Abwechslung haben. Oh. Du musst gar nicht leid tun, denn das ist einfach für uns. Egal, ich mach das. Oh, nice. Oh, was? 3 zu 4. Das geht aber schnell hier bei euch, du. Oh, fuck. Uiuiui. Nein. Oh, nice Flo. 4 zu 4 und 35 Sekunden noch. Wer holt sich die ersten? Ich glaub die anderen. Das gehielst du sehr zuversichtlich. Bella, bisschen mehr. Ja, aber ich hatte das noch nie. Ich wusste ja die ersten. Bisschen mehr Motivation. Was war das? 6 zu 5. Oh, es kann auch mal spannend werden. 15 Sekunden. Du kannst auch viel sagen. So schön. Ja. Das klappt immer. Das ist ein wunderschöner Splitscreen, liebe Regie. Oh, Flo. Mann. Oh, Flo. Oh, Flo. Was machen die da? Nur meine Fresse rein oder was? 9 zu 5. Sehr schön. Du bist mein Kettenzimmer. Damit haben sich Viet und, äh, wie war dein Name noch? Viet und Flo die ersten drei Punkte geholt. Puh, das war intensiv. Uiuiui. Scheiße. Nächste Team. Okay. Ja, sorry. Nee, nee, lag nicht an dir. Wer sind die Nächsten? Team 3 gegen Team 4. Das sind, ähm, Chiara und Dima gegen Moritz und mich. Ah, geil. Soll ich da was übernehmen? Ja, das wäre super. Chat kannst du übernehmen. In Chat. So. Das wäre cool. Wobei, das kann ich machen. Die Punkte aufschreiben. Ja, ich hab mich... Wir haben ja gerade schon grilliert. Sandra und ich gemeinsam. Latschen. Okay, also wie ist die Störungung jetzt? Wir haben heute schon einen anderen Stream gehabt. Ja. Der hat ja offen super geklappt. Also das ist springen. Genau. Und das ist, äh, Ballern. So liebe Freunde, ich schreib erstmal eure drei Punkte auf. Okay. Hinter mir, da sagt Chiara. Chiara. Team. Wurde gerade im Chat gefragt. Äh, ich kann auch ein Neutspiel machen, oder? 1 Team. Was? Ein Neutspiel? Das kannst du machen. Wir können aber auch die Teams mal wechseln. Dann können wir nämlich andere, andere Charaktere nehmen. Machen das, Mann. Alter, sei nicht mal so gechillt, Mann. Hast du keinen Ehrgeiz? Easy. Hm. Achso. Okay, warte mal. Wer bin ich denn? Achso. Ach, egal. Komm, wir sind die richtige Seite, ne? Ja, okay. Warte mal, ne, wir sind blau, ne? Wie sind die, ne? Sind wir blau? Wie ist denn noch blau? Ich bin der Dude, ähm. Ich bin der hier, komm. Hopp. Hier links, oder was? Ja. Okay. Dann sind wir bereit. Moritz, bist du bereit? Natürlich. Ich war noch nie bereiter. Alles klar. Okay, ich muss auch erstmal gucken, wie die Steuerung wieder ist. Okay. Also eigentlich springst und schlägst du nur, ne? Das ist im Endeffekt alles. Du hast es. Boom! Das ist der Erste. Gleich weiter. Wir, wir hätten nicht mit meinem ... Oh, oh fuck. Oh fuck. Nein! Wollen wir uns aufteilen? Du, du machst hinten ... Kann man auch sprinten? Jetzt habt ihr natürlich die Teams falschrum gewählt, ne? Wieso? Nein. Wer wollte denn hier zoomen? Ich wollte nicht zoomen. Ihr könnt einfach kreisdoomen. Ihr habt das aber spannend gemacht. Also wenn ich es richtig sehe, sind Moritz und Sandro ... Fuck! Lass mich vorne machen. Moritz und Sandro sind das Linke-Team. Ja, doch, ey. Oh, Moment. Oh, scheiße. Das war fast ein Eigentor. Aber das war bestimmt Absicht. Hey, solltest du nicht ... Oh shit. Solltest du nicht die Defense machen? Ja, ne, ich bin eher ... Ich bin so ein offensiver Typ. Wieso? Hast du nicht eh noch ... Ach, egal. Hast du nicht eh noch gesagt, dass du ... Ich hab mich gerade ... Oh fuck, sorry. Ich hab mich gerade umentspielt. Lass mal weniger labern und mehr spielen. Komm, mach mal. Ey, gegen Kiara haben wir auch keine ... Ach, quatsch. Was sagst du denn? Alter, was geht das? Schön, was laberst du denn und in dem Satz die Buh gemacht? Du machst ja auch keine Tore, Mann. Komm, mach dich. Was soll ich denn hier hinten rumstehen? Okay, also hier sieht man schon, hier zerfällt das erste Team schon im ersten Spiel. Ich hab ... Nein! Ja! Schönes Eigentor. 3 zu 5. Das ist genauso weiter. Komisch. Oh, das war in die falsche Richtung. Das hast du, das hast du. Schön. Oh fuck. Nein. Man kann übrigens auch ... Nein! Schlag mich! Nein! Das kriegst du. Könnte man nicht irgendwie schnell rennen, Alter? Ja, äh ... 4 zu 5. L2 und L2. Ach so, man kann doch rennen? Ja. Auf für Jagd. Ja. Scheiße, hast du ... Alter, da steht hier mal permanent im Tor, wie lächerlich ist das denn? Ja, das ist echt so. Praktik. Das würden wir nie machen. Das würde es beim echten Sport nicht geben. Oh, nein. Fuck! Schönes Ding! Oh, fuck! Jetzt aber, das ist meiner. Ach, shit. Nein! Oh, shit! Ja, Mann! 5 zu 5! 7 Sekunden! 5 Sekunden! Oh, ja! Oh, ja! Stimmt! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Mann! Alter, wir haben so gut aufgeholt! Wunderlich spannender als erwartet. Ah, Mann! Wir haben noch ... Das sieht so gut. Ja, aber wir haben so gut aufgeholt. Und dann ... Puls 200 dabei. Ähm ... So, ich bin durch für heute, Leute. Ach so, das hätte ich auch noch sagen können. Ja, aber ja, ganz einfach. Ehrgeiz. 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 Ey, wir machen erst mal Pause oder was? Ja. Gut. Also Team 1 gegen Team 3. Das sind ... Bella und Doom gegen Chiara und Dima. Schon wieder? Ach so. Ja, wir haben ja nur 4 Teams. Ja, ist doch okay. So Bäumchenwechsel. Alter. Ach so, okay. Boah, das ist anstrengender als richtiger Sport. Boah, das ist anstrengender als richtiger Sport. Das hat gut geklappt. Ja. Team Rot sein. Ey, wir haben heute Morgen Basketball gespielt. Das hier ist anstrengender. So. Team Wechsel dann. Ja. Kann jemand nicht? Kannst du den Chat geben? Das rechte so. Cool. Okay. Chaos-Bänder. Okay. Chaos-Bänder. Ich weiß jetzt, wie man sprintet. Vielleicht hilft das jetzt. Ja, ich wette. Komm nach vor. Ich wette. Kann man noch stärker irgendwie schlagen? Ich glaub mit dem Sprint, oder? Weil dieses Leuchten ... Fuck! Das kommt wahrscheinlich mit dem Sprint. Ich glaub, du hast recht, oder? Das kann auch sein. Kann man? Kann man? Ja? Aber wo kommen denn diese ganzen Leute her? Ich weiß es nicht. Ich wette nur, dass ich geschlagen werde. Achso, du lädst den Ball so auf. Ich find gut, wenn wir solche Taktikspiele den Ball mehrmals in der Luft hält. Ah, okay. Dann kannst du stärker ... Lauf den Ball halten. Was muss gut? Wenn er auf den Boden kommt, dann lädt er sich wieder. Dann ist wieder neutral, genau. Achso. Okay, okay, okay. Oder wenn der Gegner dran war. Obwohl, nee, ich glaub, es zählt für beide. Schlag, schlag, schlag. Hey, jetzt geht für beide Mannschaften erst, wenn er wieder auf dem Boden war. Ich glaub, weht er sicher. Ah, ich bin nach oben! Ist auf jeden Fall wesentlich ausgeglichener als bei uns gerade. Ja, du hast ihn fast. Nein! Ja, du hast ihn fast. Moritz, die haben so gut aufgeholt, Mann. Ja, Sandro. Das wird noch öfter passieren. Der ist in Team Wohl. Wir sind schon mal dran. Genau. Ich und Kiara. Ah, schade. Ich war schon dran. Kima? Kima? Genau. Diara. Was ist schöner? Ja, das klingt aus. Nein, ah, Mist. Das ist der Knabe hier. Komm. Also. Nein, okay. Egal, egal. Komm, der Nächste. Natürlich wollte jeder. Mann, Mann, Mann. Mist, ich werde schon nicht verprügelt. Was ist das denn? Oh. Knapp eine halbe Minute. Das hocken ist aber auch schwer. Komm schon, danke. Okay, hab ich. Sorry. Ich bin gar nicht im Tor. Was ist da los? Ich bin ziemlich groß im Ding. Nein, ich bin ziemlich groß im Ding. Nein, ich bin ziemlich groß im Ding. Nein, ich bin ziemlich groß im Ding. Ich kann hier keine Taktiken erkennen. Sie machen die ganzen Tore gerade. Hey, ich guck gerade. Ich häng hier nur so ab. Oh! 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 Ich habe davor schon gesehen. Ich würde nicht da rausheide schauen. Nee, das bleibt deine Geheimtaktik erstmal. Ah-oh! Team zu viel hat Ihr schon wieder gewonnen, oder? Ja. Chara und Dima haben sich schon wieder 3 Punkte holt. Ich bin froh, dass ich mit einem Team bin. Ebenso. Damit habt Ihr schon 6 Punkte! Sanu. Wer ist jetzt dran? Jetzt Team 2 gegen Team 4. Das sind wir beide, lieber Moritz. Gegen Flo und Wild. Ich hab gerade schon im Chat gelesen. Das Problem ist, Flo ist wacher als sonst. Ich hab leider nicht gesehen, wer es war, aber jemand hat geschrieben, Chiara scheint neben Ben den meisten Skill in der Firma zu haben. Wie schlecht, ey. Zweimal und er. Oh, 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 oh. Warte, wer bin ich denn? Ich hab mal Pause. Können wir mal neu starten? Ja, lass uns neu starten. Warum ist das jetzt eingefroren? Ich hab Pause gemacht. So, lass mal eins hier. Ich bin eingefroren. Lass mal eins hier jetzt. Genau. Wieder rot, oder? Jo. Wir sind gespielt. Also sind wir blau. Ja, komm. Hab ich gut erkannt, oder? Du machst wieder Defensive. Ich mach jetzt mal Offensiv, ja, bitte. Ich hab keinen Bock auf deine Scheiß-Offensive hier, ey. Zah, siehst du? Sauber. Ja, okay, ich bleib hinten. Okay. Das hat gut funktionieren. Ich habe gerade... Nein! Du musst weniger mich schnappen. Ah, da war's knapp. Ey, mein Charakter ist doch so klein, ne? Den sieht man in diesem Getümmel gar nicht. Ich glaube, das hat echt eine Auswirkung aufs Spiel. Definitiv. Ah, fuck it. Die Größe ist, glaub, der? Ja, guck dir mal, diese fette Hand von den Blauen. Alter, du hast sie verwechseln. Ja, okay. Ja, hat eine höhere Hand? Ja. Ich bin immer völlig... Ich bin immer völlig... Boah! Ich bin immer ein bisschen verwirrt, wenn von dem Blauen geredet wird, weil es sonst immer Floh ist. Hihi. Hey. Bring Alten, Leute. Ja, nee. Boah, der hat er gerettet. Ich bin deiner Gesichtsfarbe. Alter. Ich bin der neue Keeper hier am... Oh. Oh, scheiße. Bester Keeper, Alter. Oh, scheiße. Saiten. Die Lorbein wieder zu früh bekommen hier. Ja, Mann. Schönes Ding. 3-3. Ey, wir grooven uns auf jeden Fall ein, Mann. Ja, Mann. Sando, wir wären das beste Team. Wir wären ein klasse Team. Ich glaube das. Irgendwann. Wir verstehen uns nicht nur auf er, sondern auch nicht auf die Klasse. Eines Tages werden wir das beste Team. Boah, fuck, Alter. Boom. 4-3. Sollen wir das nicht weiterspielen? Sauber. Das sind unsere ersten drei Punkte, Moritz. Komm. Nix, das holen wir noch. Am Arsch. Nein. Zu hoch. Sauber. 6-3. Ich glaube das wird nicht mehr sein. 23 Sekunden. Ich glaube wir sollten noch Safety spielen. Ja, halt mal den Ball ein bisschen. Flach. Generell, bei dem Spiel, ja. Ja, 7-3. Jetzt wirst du einfach eine Blamage, liebe Freunde. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, wir sollten die Tor-Inferenz auch noch gedrückt halten. Ey, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wer Offense und Defense kann. Nein! Naja, wie gesagt. Der hat eher einen Treffer. Es war schön mit euch. Schön. Ich schlag hier mit niemandem ein, außer mit dir. Ein fairer Sportsmann. Ja, das wird so. So, damit haben wir das Spiel auch durch. Jetzt ist Team 3 gegen Team 2 dran. Das sind... Chiara und Dima und ihr beide wieder. Okay. Sollen wir uns Team-Namen geben? Ey, der Chat darf uns Team-Namen geben. Ja. Das wird einfacher dann. Das ist eine sehr gute Idee. Team Boom. Oh nein, Seitenwechsel. Sie können ein Voting machen? Oh, Duma. Boomer rein. Moment, Dima muss ein bisschen... Oi, oi, oi. Team Super-Handstatt gewonnen. Fragezeichen. Okay, jetzt müssen wir blau, ne? Sorry. Okay, ich hab ne Krone auf. Werbung, bitte. Warte mal. Ja, okay, gut. Egal. Super, wenn der Chat nach Werbung fragt. Ich dachte mal, wir müssen eigentlich seine Guren auswählen, aber... Nee, wir müssen die Guren auswählen, aber... Nee, wir müssen die Guren auswählen. Also Chiara, von dir wollen alle mit dem Bohren das Play sehen. Was wollen wir anziehen? Ey, es ist auf jeden Fall... Ich schreib das mal. Nice. Okay, okay, okay. Warte mal. Ich muss mich daran erinnern, dass ich dieser komische blaue Fleck bin. Ja, du bist... Ach so. Du bist der Nasenkönig. Ja. Oh nein. Nein. Gut. Okay, ich bin ein blauer Fleck, ich bin ein blauer Fleck. Okay. Okay. Kyma, Boom, Fleet und Sunritz. Seid ihr damit alle einverstanden? Nee, das ist zu lame. Das ist typisch Rocket Bean. Wow. Das versteht keiner außerhalb der Bubble. Enter Shikari. Voll gut, ey. Wir wollen ganz verrückte Namen haben. Chiara und Team E-Sport. Team E-Sport? Okay. Das ist verrückt, oder? Ja, das ist mega verrückt. Da wär keiner drauf gekommen. Team E-Sport. Okay. Das ist so weird jetzt. Team Fitness für Flo. Hast du's? Nochmal? Oder ich? Pass. Wir, das ist die Wade. Ich bin der Obersteller. Und Sandro, wir beide sind Team Sympathisch. Ja. Team Sport. Sympathisch. Nein! Ist das so komisch mit den Figuren jetzt? Team Sympathisch. Okay, okay. Danke, danke. Jetzt bin ich beruhigt. Yes! Ich wollte gerade sagen, wir müssen weiter labern. Das lenkt mich ab. Aber offensichtlich lenkt es nur mich ab. Und ihr habt noch ganz, ne? Hier werden noch eins. Wir haben hier Bails auf Doom. Er hoff mich zu schlagen. Bails auf Doom, das ist doch schön. Bails auf Doom sind nicht schön. Okay, Bails auf Doom. Ah, scheiß. Komm. Okay. Ist, ich wurde voll... Ist gut. Der mit Tor hatte schon... Ah nein! Sorry, Mann! Alles gut. Nochmal. Also Sandro ist gerade ein bisschen still, weil er die Punkte aufschreibt. Der hat tut mir leid. Der hier irgendwie mitmacht, ohne nur Quatsch zu labern. Aber ich meine, der hat sich das Ding hier auch ausgedacht, ne? Ähm, ja, ich bin gleich hier zurück. Sorry. Ne, ist okay. Die Leute spielen hier ja fantastisch. Ich schieb... Schieß du dir rüber? Keine Ahnung. Das hört sich so krass nach Button-Mashing an hier bei dir. Ich hab auch meine Figur gar nicht im Auge gerade. Aber Leute, übrigens... Sie sind wirklich klein. Ah! Nice! Wie viel steht's denn jetzt? Habt ihr eure ersten drei Punkte geholt, oder was? Ja, wir haben das erste Spiel auch gewonnen. Scheiße, Mann. Nein! Ach ne, Bellan, du mal noch keinen, sorry. Ah, ah, ah. Ah, fuck. So, damit führen erstmal bis jetzt Flo und Wirt mit sechs Punkten. Chiara und Dima ebenfalls mit sechs Punkten. Ähm, Moritz und ich haben drei Punkte. Und Bella und Doom leider noch gar keinen. Ah! So, aber ein Spiel ist ja noch, oder? Ja. Team 4 gegen Team 1. Das sind Moritz und ich gegen Bella und Doom. Okay. Okay. Super! Wir setzen uns jetzt mal hier hin. Das ist die Sieger-Couch. Das ist die Sieger-Couch? Wir haben zweimal da gespielt, zweimal gewonnen, ne? Und einmal verloren, okay. Und einmal dreimal. Ah, damit. Das geht überhaupt nicht auf. Oh, Leute. Das mache ich auch. Ach so. Falsch kommt's. Es geht sympathisch weiter. Fragezeichen. Guck mal, Bierflecken. Fragezeichen. So. Das ist dann auch das letzte Spiel der ersten Runde schon. Mhm. Und dann, ähm, machen wir mit Sports Friends. Eigentlich heißt dieses Team ja ja Sports Friends. Weil uns das ja alles ein bisschen zu einfach ist, spielen wir danach Dark Souls. Und Team Süß und Sauer finde ich auch gut. Oh, Süß und Sauer gefällt mir. Ja, ich bleib wieder hinten, oder? Das ist die Frage. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, das Team. Aber Rayman ist ja auch irgendwie ganz schön träge mit seiner Faust. Du bist träge mit deiner Faust. Fuck. Willst du die mal spüren? So cheesy. Willst du das spüren? Ey. Ey. Hast du gemerkt? Fuck it. Ah, shit. Oh nein. Oh. Und wer glaubt, da können wir auch beide nach vorne. Ja, Mann. Können wir eigentlich gleich nachspielen? Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Zeit hinten ist auch blöd. Ich mein, das ist ein Team, das noch keine Punkte geholt hat. Ja? Oh. Ja, Mann. Scheiße. Ey, schaffen wir es zu null, Mann? Ja, machen wir. Ich wäre sympathisch. Sehr sympathisch. Nein, das nächste Spiel als Sports Friends. Jetzt habe ich schon von Soon und von Yalo Roas Tiramisu gelesen. Was ist denn da im Chat schon wieder passiert? Wollen sich alle jetzt Tiramisu? Oh nein. Hat Kobi vielleicht wieder geschrieben, dass er gerade Tiramisu ist? Keine Ahnung. Kobi, ist es gerade Tiramisu? Oh nein, nein, nein. Oh. Ja. Nein, sorry. Ach, doch nicht zu null. Nicht zu null. Nicht zu null. Der Ehrentreffer. Das Team nicht zu null. Okay, so müssen wir es nennen. Oh Mann. 45 Sekunden. Ich bin gerade hergeflogen. Ja, ich glaube sie meinen... Achso. ...oder Dima. Oh nein. Es gibt ja nur zwei Frauen. Ich könnte auch der Cutter sein. Oh. War das gerade ein Eigentor oder was? Nee. Der, die, die sagt, auf YouTube gibt's kein Tiramisu. Ja. Das ist ja euch überlassen, ne? Du kannst auf jeden Fall einen Eigentor schaffen. Alter. Piramisu. Och. Oh, sorry. Ich hab... Schiebung! Ey, du bist in meinem Team, Mann. Ja, wir haben einen Gegentor bekommen deswegen. Nur deswegen. Ey, der passt. Scheiße. Das war ich. Ey, aber kurz hatte ich Angst. Ich hatte wirklich kurz Angst. Das ging nicht am Studio. Oder vielleicht auch. Schönes Ding. War ein gutes Match. Schön gemacht. War spannender als... Ach komm, hör auf. So. Huiuiui. Was ist denn hier los? Damit haben wir die ersten sechs Spiele durch. Ich bin erstmal fertig. Deswegen... Wie sieht's bei euch aus? Braucht ihr auch kurzes Päuschen? Ich nicht. Ich kann auch. Aber alle anderen. Schade. Wir machen trotzdem kurzes Päuschen, Flo. Ist mir scheißegal, ob du es brauchst. Ja, das passt aber. Und dann sind wir zurück mit Runde 2. Und das ist nicht mehr Rayman Legends, sondern endlich Sports Friends. Deswegen bleibt dran. Bis gleich. Die Punkte... Achso. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu Sports Friends. Die Punkte. Zum großen Turnier. Bisher haben wir noch nicht Sports Friends gespielt. Unsere großartige... Bisher haben wir noch nicht Sports Friends gespielt. Das wird sich jetzt ändern. Denn wir haben bisher nur Kung-Fuut gespielt. Von Rayman Legends. Und wir können mal kurz ansagen, wie der aktuelle Punktestand ist. Denn es gibt leider ein Team mit null Punkten. Aber dafür gibt es drei Teams, die sechs Punkte haben. Kannst du das vielleicht mal... Okay, das offizielle... Ich weiß gar nicht. Team-Name war jetzt Team Bella und Doom war jetzt... Doomer? Wir haben uns noch nicht geeinigt. Weiß auf Doom. Weiß auf Doom. Weiß auf Doom hat null Punkte. Team Süßsauer hat sechs Punkte. Team Diara hat sechs Punkte. Und Team Sandritze... Sandritze... Hat sechs Punkte. Sandritze. 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 Die schöne Sandritze. Kann ich sagen. Sehr schön. Jetzt nicht Poretz. Da haben wir lange mitgekämpft. Poretz. Okay, von Ula noch Poretz. Wie machen wir jetzt weiter? Das heißt, es ist bisher sehr spannend. An der Spitze. Es war eine lockere... Ich war doch sympathisch. Ich dachte eigentlich... Ja, das wäre auch lieber. Ich dachte eigentlich, es wird eine entspannte erste Runde mit Raymond. Aber es ist wirklich... Es ist auch warm hier einfach. Und man ist einfach mega im Arsch jetzt schon. Ich weiß nicht, ob es an Basketball im Morgen liegt oder so. Aber ich bin auf jeden Fall durch. Habt ihr noch wenigstens Elan? Ich bin mega frisch. Ich bin auch ganz frisch. Ja, ist klar. Dann bleibst spannend. Zeig mal deine Muskeln. Jetzt spielen wir, wie gesagt, Sports Friends. Aber Sports Friends besteht ja aus vier Spielen. Also vier Minispiele. Eins davon können wir nicht realisieren. Deswegen fällt das erst mal sowieso weg. Das andere ist ein bisschen lame. Super Pole Riders spielen wir nachher. Und jetzt spielen wir erst mal Barabari Ball. Wenn man es so ausspricht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist so eine Art Wasserball. Zwei Teams versuchen, einen Ball im Gewässer des gegnerischen Teams zu versenken. Also wie man es halt kennt bei Wasserball. Weil bis zu sieben Sprünge kann die eigene Spielfigur vollführen. Das klingt schon mal eigentlich ganz einfach. Aber sie muss halt mit der Kraft arbeiten. Das bedeutet, wenn sie auf dem festen Boden wieder ist, dann tankt sie halt Kraft. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit springen willst, geht es nicht. Weil irgendwann ist die Kraft halt weg. Das heißt, du musst echt gut managen, wann du halt mal Kraft tankst und wann du halt hoch springst. Wer im Wasser landet und keine Reserven mehr hat, säuft ab und kassiert nicht Trafpunkt. Okay, ich mach das mit Button-Mashing. Das kannst du gerne machen. Aber es ist wirklich super taktisch. Weil du kannst, wie gesagt, sieben mal hoch springen. Aber dann hast du halt keine Power mehr. Du musst erst mal kurz warten und kannst halt nicht weitermachen. Großartig. Okay. Ins Wasser fallen darfst du selbst auch nicht. Du weißt, wie das funktioniert? Ins Wasser fallen darfst du selbst auch nicht. Ich dachte, das Wasserball. Ball. Der Ball sah ins Wasser. Das Gegner durch den Teams. Aber nicht du selbst. Weil dann gibst du Trafpunkt. Das wäre nicht so geil. Ähm, ich würde sagen... Ich weiß nicht. Braucht ihr eine Testrunde vielleicht? Ja. Nein! Auf keinen Fall. Okay, ich höre nein. Nein, nein. Ich höre nein. Alles klar. Wer ist Rund 1? Das sind... Lass mich kurz lunschen. Natürlich wieder Team 1 gegen Team 2. Das ist ganz außergewöhnlich. Das bedeutet, Bella und Toom gegen Flo und Wirt. Also ihr könnt anfangen. Wenn ich spiele, ist da eine Testrunde. Star to Game. Das wäre großartig. So. Wir haben übrigens keinen Spiel-Sound dran. Keinen Ingame-Sound. Ich weiß nicht. Yes! Geil, danke. Jetzt haben wir wieder Sound. Es fällt immer gerne, wenn Bella... Warte, ich setze mich neben dir. Start to Game. Wenn Bella on air ist, kriegt sie jetzt immer eine Keule. Wir gehen nach links. Geht ihr nach links? Ich halte sie nach links. Wir gehen nach links. Wir sind Barra. Wir sind Barra. Jeder will Bella hören. Popo. Die können unterschiedliche Sachen. Du siehst eher nach so'n Popo aus. Wir können beide Popo nehmen, oder? Das ist für mich einfach... Ocean Fest. Die haben tatsächlich andere Plex. Wollen wir nicht alle random nehmen? Ich nehme Yoshi. Wir können auch alle random. Ja, okay. Ganz klar. Alle random nehmen. Oh god. Okay. Genau wie bei der Level-Auswahl. Da kann man auch nochmal ganz random wählen. Also Wirt und ich sind links. Ähm. Random. Random Level. Lustigerweise haben wir auch die random Auswahl genommen für die Leute, die heute hier vor der Kamera sitzen. Ha. Das ist ja fast ein Konzept für die Sendung. Wo sind wir nochmal? Links. Die Random Show. Oh nein, Mann. Okay. Okay, alles klar. Okay, ich hoffe nicht Trauma. Nein! Wie gesagt, nicht ins Wasser fallen. Okay, shit. Dann gehe ich. Achso, das ist du, ne? Ich hoffe, das ist das schwerste Spiel von allen. Ja, ist es tatsächlich. Wie lange dauert, bis man sich wieder aufnimmt? Gut. Du musst auf dem festen Boden lädst du dich. Oh shit. Was meinst du, wie kompliziert das andere Spielgewicht wäre? Achso, da ist der fette. Der fette. Der fette Orangspiel. Ja, drei bin ich. Also Leute, das ist das komplizierteste Spiel. Also keine Sorge, wir werden besser. Was wird ein Punkt? Und jetzt? Nein! Ach, Mann kommt doch ins Wasser. Ja, du darfst mal. Der muss auf dem Wein. Der muss auf dem Boden treten. Ja, aber dann kriegst du halt einen Minuspunkt. Achso. Wenn man durstig ist, sollte man dann kurz ins Wasser gehen. Also du kannst schon ruhig ins Wasser, aber die Minus 1 steht nicht für irgendwas. Okay. Alles klar. Aber das, also. Boah, das ist aber gemein, ey. Du hast mich grad geschlagen, Milder. Nein! Was willst du denn? Ihr habt mich geschlagen. Scheiße. Werden hier gerade Punkte erzielt oder nicht? Ich weiß ja nicht mal überhaupt nicht, was ist eigentlich passiert. Ich kann es ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ihr müsst den Ball halt auf die Seite der Gegner bringen. Ins Wasser? Ja. Oh nein! Deswegen Wasserball. Ah, verstehe. Ist das Wasser nicht auch eingefärbt? Also die Bereiche? Oh, der hat grad noch so gerettet. Das Wasser hat zwei verschiedene Farben. Genau. Und das sind eure Tore praktisch. Und wir wissen ja alle, womit das zusammenhängt. Wasserfarbe? Die Farbe des Wassers. Und der Spiegelung des Himmels. Boah. Das haben wir bald. Aber heißt das? Es steht 0 zi3. Aber es ist auf der einen Seite der Himmel anders als auf dem anderen. Jaja, klar. Du muss ihn nachher zahlen! Ich habe ja Notrat veux aber Geld auch nicht gasoline ist. Aber ich weiß ja gar nicht. Ihr müsst da den Ball halt natürlich auch loslassen, ne? Ja ich habe es verkackt, oder? Manchmal muss einfach den Ball loslassen! Manchmal muss einfach loslassen. Aber tym recuerden! Wie so ein LSD-Tribb! Winning! Was ging denn schnell? Mann. Das ist' verrückt! Das ging ja schnell. Ich hab gar nichts verstanden. Habt ihr neun Punkte schonmal? Kannst du eintragen? Wann kriegen wir Minuspunkte? Wenn du im Wasser landest und untergehst. Wenn du keine Energie mehr hast. Ihr habt nämlich zum Beispiel... Doch, aber wenn du halt absolvst, dann was? Genau, aber diese Energie, wenn ich noch habe, kann ich ja ins Wasser. Ja, okay, gut. Als ob das was geändert hätte. So, wir machen alles wieder random. Team 3 gegen Team 4 für Werfen und Schlagen. Moritz und ich gegen Kiara und Dimas. Team Sympathisch? Gegen Team E-Sport. Ach, seid ihr jetzt offiziell das Team E-Sport? Ne, wir sind Diara. Ihr seid natürlich Sandritz. Oh man, Sandritz. Ja, aber lieber Sympathisch. Als Sandritze. Sind wir alle überhaupt... So, ich bin der da unten, ne? Also im Grunde, die Steuerung ist glaube ich genauso wie bei dem Team vorher, ne? Ja genau, ja. Welche Farbe sind wir? Äh, ich bin der da. Scheiße! Aber man darf nur siebenmal springen, ne? Okay. Du machst das wunderbar. Okay. Komm, du machst das, ich verteidige. Wir starten rechts, wir müssen irgendwie Wegmusswasser fahren. Fuck! Aber das sieht gut aus. Ja, die bleibt immer gleich. Der ist jetzt bei uns rein, scheiße. Also das orangene Team muss ins orangene Wasser. Jetzt runter, ne? Ja. War das orangene Team? Nein, nein, passt nicht. Nein! Ich hole ihn, ich hole ihn. Nein, der ist runter wieder. Okay, ich erklär das nach dem Spiel noch mal kurz. Wir erklären nach dem Spiel noch mal, wie das Spiel funktioniert. Ach Leute, man kann euch wegbouncen. Das ist aber nicht nett. Ähm, scheiße. Also der braucht auch Kraft. Also Moritz und ich sind übrigens drei und vier. Okay. Und dann schmeiß ich's rein. Ich dachte, ich wäre eins. Nein, das ist schon was passiert. Oh, ich habe schon vier Punkte. Ja, gut. Ich darf mal gut. Ja, wie? Ja, gut. Das ist richtige Einstellung. Man kann da jetzt viel über die Ursachen diskutieren. Man kann aber auch einfach... Ich schubf dich, dann geh du nach vorne. Ja, das tue ich. Okay, ja. Ich tackle sie weg. Ey, es zählt auch niemand mit, oder? Ob man siebenmal... Die Kreise. Um deinen Charakter herum. Warte. Ach, scheiße. Ja, ich schmeiß's da rüber. Geil. Mach ihn kaputt. Ey, das Spiel finde ich schon mal richtig kacke. Ich kann nicht mehr springen. Fuck it. Gut. Ja, das war's schon, ey. Das ging fix. Ja, das war ja einfach. Es funktioniert. Es funktioniert. Das war fucking traurig. Ich vergesse, ich muss heute noch einkaufen gehen. Ach, ja. Ja, genau. Ich mach das jetzt alleine jetzt. Mit zwei Controller mach ich das jetzt alleine. Wollen wir nochmal erklären, wie es ist? Ja, wirklich. Ja, sollen wir doch gerade alle verstanden, oder? Weiß ich nicht. Ich versteh's. Also, ihr müsst im Endeffekt den Ball auf die Seite des Gegners bringen. Aber der soll nicht nur ins Wasser, sondern der muss auch richtig absaufen. Also, der muss halt aus dem Bildschirm raus sein. Dann kriegt ihr zwei Punkte. Wenn ihr selbst aber im Wasser landet und absauft, dann kriegt ihr einen Minuspunkt. Also, man kann den nicht... Einen Minuspunkt? Ja. Also, man könnte da rüberspringen und sich selbst töten. Dann kriegt man trotzdem nur einen Punkt. Ne, einen Minuspunkt. Aber mit dem Ball in der Hand. Ja. Dann kriegst du trotzdem einen Punkt noch. Okay. Ich hab jetzt ne Taktik aufgestellt. Aber das ist nicht so ne geile Taktik, Digga. Ich sag nicht, wie das funktioniert. Ne, das ist nicht so gut. Ich find die Taktik gut. Und man kann sich halt auch gegenseitig aufs Maul hauen. Aber man muss halt darauf achten, dass man nur siebenmal springen kann. Das heißt, wenn ihr gar keinen mehr habt und dann im Wasser landet, dann war's das. Dann kriegt ihr einen Minuspunkt. Weil ihr könnt euch ja nicht mehr retten. Dann wollten wir das versuchen. Okay. Es wird wieder regeneriert. Zwei Teams spielen jetzt. Habt ihr es alle gerafft? Wir haben es gerafft. Sehr gut. Ich hab's gestanden. So, Team 1 gegen Team 3. Also, Bella und Doom gegen Chiara und Dima. Jo. Okay. Das ist auch ein sehr schöner Sound. Ja. Ja. Alter. Ist das Grobmann, der da gerade ballert? Ja. Ja, Mann. Geil, das ist das. Bella rappt mal was. Okay. Also, mach das weiter. Jo. In der Regie wird doch schon wieder geballert, alles klar. Ist das jetzt Pauls Musik oder ist das vom Spiel? Das ist definitiv vom Spiel. Okay. Ihr seid ihr bereit? Hast du noch Bock, Bella? Ja. Oh. Oh. Wir sind direkt los, ne? Cool. Okay. Wir sind rechts. Ja. Ich bin eins wieder. Oh, das ist aber ein kleines Level. Aua. Das ist gut. Da braucht man nicht oft springen. Pass auf, die drei kann nur noch dreimal springen. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Shit. Wie ist das denn passiert? Das war ja doof. Das war ja doof. Ja. Komm, rein da. Aua. Nein, es geht wieder auf unserer Seite. Hast du was gemacht? Hast du den Punkt angefasst? Es gibt, glaube ich, keine Mühe. Ich verstehe, wie die das machen. Ja. Ich weiß es nicht. Und? Du musst ihn hochwerfen. Aber wir haben immer noch ... Was sagt der Chat denn zu unseren Spielkünsten? Er wird grad wenig über das Spiel geredet. Nein. Scheiße. Ich kann bald nicht mehr springen. Du machst das. Sonst so positive Dinge. Okay. Ja, komm. Nein, ich geh unter. Okay, cool. Ich geh unter, sorry. Ach, Mann. Aber es ist unentschieden, unentschieden. Der letzte Punkt entscheidet. Du greifst an, ich versuch dich ein bisschen zu decken. Okay. Okay. Oh, ganz schön. Schnell hoch. Oh, fuck. Nein, der ist in unserem Bereich. Nein. Ich will nicht sterben. Oh, fuck. Aber das ist okay. Ja, das ist gut. Das zählt. Oh, stopp. Die Richtung stimmt. Verprügel sie. Ja. Nein, du musst die verprügeln. Ja. Okay. Hat funktioniert. Oh, 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 oh. Das hab ich nicht verstanden. Ich hab auch keine Ahnung, ob das passiert ist. Aber hier ist nicht sehr gut geschlagen. Ey. Das war ein spannendes Match. Ja, ja. Das war ein spannendes Match, auch wenn nicht alle wissen, was sie überhaupt gemacht haben. Gut. Mann, wie viele Punkte habt ihr jetzt schon? Zwölf oder was? Einmal später, ey. Wir machen das jetzt nochmal genauso wie eben. Nur mit Punkten. Team 2 gegen Team 4. Flo. Machen wir mal das große Kicker. Machen wir mal das große Kicker. Senor Harten. Ja. Senor. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Ein schneller Wechsel hier heute. Ich liebe die Jen Eisenstein, ganz ehrlich. Sind you ready? Ja. Wir können einfach Rematch machen. Wir sind links wieder, ne? Ich konnte nicht auf dich achten, was du falsch machst. Was? Ihr habt das aber voll gut gemacht. Ja, ich bin grün. Also 3 und 4 sind Moritz und ich. Wir sind gleich noch mit dir. Und Viert und Flo sind 1 und 2. Oh, was? Okay, ich darf nicht so oft springen. Das ist nervig. Ja, aber die regenerieren ja wieder im Endeffekt. Rettest du den? Super. Und nach vorne? Ach, ihr habt das jetzt. Ach, ihr habt gesagt. Ich dachte, es war tatsächlich keine Trägerand. Aber ja, dadurch haben die auch ein paar Punkte gesammelt. Alter, was? Ihr habt doch damit gesammelt. Nein, ihr? Scheiße! Ihr habt zwei Punkte gesammelt, weil der Ball, ich dachte, der... Oh nein, der Ball ist... Nein! Du hast den Gang. Habt den irgendwie nochmal um einen Pixel bewegt, dass er auf eurer Seite war. Ach so. Verdammt, Nima. Dang. Oh, das war die falsche Richtung. Danke. Oh nein! Was sollst du sagen? Oh, ich hab keine... Ey, kann man ja stehen oder was? Ja, da bin ich grad... Ich wollte den Ball noch retten, dann bin ich ja hängen geblieben. Oh shit. Ja, rüber! Perfekt. Aber jetzt müssen wir die weg boxen. Alter, den rettet der, das gibt's ja nicht. Die können ja Computerspiel spielen. Ich boxe jetzt einfach nur die Leute. Haha! Shit. Shit! Rüber! Ich bin tot. Oh, das ist ja nervig. Halt hier auf! Das man stirbt oder was? Oh nein! Go down! Ey, das steht nur 0 zu 2. Komm, das ist noch alles drin, Mann. Ey, das ist... Dieser Move ist so... Oh nein, fuck, ich bin untergegangen. Das ist Taktik, Bella. Das verstehst du nicht. Wir haben einen Punkt. Wir haben einen Punkt. Wir führen. Bestraft. Wir führen, Digga. Was? Wir führen wie ein Kalisse? Ja, wir führen. Du hast ja gerade... Jawoll! Oh Gott, was ist das nicht? Und weiter. Ach. Ich bleib unten. Ja, ich komm nicht hinterher. Ja, Mann. Ja, schön. Und weiter. Ich halt ihn ab. Und den anderen irgendwie auch. Oh, scheiße. Ah, fuck. Ah, fuck. Das war überhaupt nicht clever, Mann. Sorry, ich wollte noch mal hochspringen. Deine scheiß Ein-Punkte-Taktik, Mann. Ich wollte noch mal hochspringen. Nein, ich wollte noch mal hochspringen. 45 Sekunden. Komm, ist alles drin, Mann. Alter, ich bin gestorben. Okay, der kleine Grüne. Er springt alle Hindernisse. Schmeiß den Ball. Yes, yes, yes. Nein. Er geht unten durch. Geh doch unten durch, Digga. Ja, wollte ich doch. Wir haben keine Karte mehr. Sie werden jetzt untergehen. Wuhu! So ein Punkt, oder? Yes. Nice, Mann. Ich liebe das Spiel. Das ist mega. Das ist Team Süß-Sauber und Team Sol. Was soll ich denn sagen, Alter? Sehr gut. Alter, das ist viel schlimmer als das erste Spiel. Aber guck mal. Es ist schlimmer. Viel, viel schlimmer. Es ist, weil du sie einfach nicht durchsiehst so. Nächstes Autor. War auf die ja angepasst alles, oder was? Ja, Mann. Ey, wir müssen echt mal wieder... Ja. Holst du eine der modernsten Konsole? Team 3 gegen Team 2. Also Chiara und Dima gegen Flo und wir. Ihr könnt sitzen bleiben. Jetzt zählt's. Jetzt zählt's, ja. Beide Teams zwölf Punkte. Er baut die Führung aus. Komm, ich bleib hier sitzen mit dem. Ja, mach das. Kuschelt euch auf eigene Couch. Ich bin der Chef. Okay. Nee, ihr seid Favorit. Ihr seid Favorit. Ach so, echt? Wir sind ganz frei. Das Favorit. Wir sind Underdog. Ja, ich hab das Spiel noch nie gesehen. Mal gucken. Ich auch nicht. Team 2 Sours. Ja, ja, klar. Nur so 150 Stunden reingezockt, mal um grob die Störung zu kennen. Team 2 Sours. Wir sind links hier. Wir sind jetzt rechts. Genau. Wenn wir noch Zeit haben, können wir das komplizierteste Spiel von Sports Friends gern spielen. Ey Leute, wenn ihr Bock habt, verlängern wir uns. Oh shit. Ach so. Nein. Aua. Ähm. Das ist so richtig kompliziert. Was? Was? Nochmal bitte, Krogi. Krogi hatte noch grad ein Eisboden. Komm raus. Oh scheiße, ich hab dich geschlagen. Das tut mir sehr leid. Ich komm nicht mehr raus. Verdammt, nice. Das ist der... Okay. Das macht hier nichts. Mega fair. Wer ist das grüne Team? Wir sind das grüne Team. Nein, wir sind das... Wir haben die grüne Seite. Also wir führen. Ach so. Ne, wir haben hier die grüne Seite, aber wir sind der Raumführer. Alter. Boah, das ist echt richtig schwer. Auf jeden Fall das Spiel mit den... Wie heißt das mit den Stangen? Ja, Superpower. Das ist mega. Superpower Wilders. Das ist die dritte Runde. Pass, pass, pass. Und wenn wir noch Zeit haben, dann nehmen wir das komplizierte Spiel auch noch dazu. Ja, klar. Ich hab mich drauf geachtet. Oh Mann. Dann kann jedes Spiel kommen. Dann kann jedes Spiel kommen. Nein, ich wurde gerade weggefahren. Das andere müssen trainieren, ne? Ich wurde weggetackt. Warte, bis ich wieder gespawnt bin, oder? Ich bin gespawnt, ich bin gespawnt. Ist das überhaupt die richtige Seite? Ja, ja, ja. Lass da nicht runterfallen. Alter, warum treff ich die denn nicht? Die Leute, die machen das ja... Ah, guck mal. Das ist saved. Oh nein. Wir dürfen uns nicht selber schlagen. Ne, das ist nicht so cool. Da ist genug Kraft. Oh, nach oben geworfen. Ach fuck. Aber das ist gut, dass ich sterbe, bevor wir einen Punkt machen. Ich find's irgendwie gemein, dass hier irgendein Team Punkte für dieses Spiel bekommt, weil jeder nix richtig macht. Okay. Aber das stimmt doch nicht. Mach es. Das hier nur das Taktik-Spiel, das wir müssen wieder Springer aufladen. Du musst ihn kriegen. Freu dich auf Runde vier, Alter. Freu dich auf Runde vier. Ja, ich sollte meinen Ehrgeiz mitnehmen. Fuck, ich hab keinen Dings mehr. Oh mein Gott, wir sind in Führung. Ja. Jetzt geht's. Shit. Siehst du, das zum Thema, oh mein Gott, wir sind in Führung. Nein, das war natürlich nur bestellt. Das ist alles Schauspielerei hier. Auah. Fernsehen. Genau. Verbrügel die auch mal. Das ist voll die Geschweinerei, was die da anziehen. Okay. Okay. Gut. Ich bin zu schwach. Boah. Ja, genau. Danke. Nehm ich. Aber alles eigentlich relativ knapp in Partien. Ja, ja. Immerhin. Nein, ich bin gestorben. Das ist so dumm. Außer das eine Ding mit Moritz und mir. Ach, Finklarsch! Okay. Äh. Und beide vorbeigesprungen. Au. Das nächste wird nicht mehr. Ach, schnell. Ach, schnell. Au. Nein, wir haben's wieder. Stimmt. Ich brauche Sprünge. Au, warum mich denn? Warum mich? Ich hab dich nicht getötet. Oder? Ich glaube, du hast mich in der Luft gepanscht. Leute, noch 27 Sekunden. Draw. Gezweifelig. Wahrscheinlich. Gleichstand. Gleichstand. Ja. Oder wir warten auf den letzten... Wir spielen die Clock runter. Die Shot Clock. Leute. Mach doch mal was. Warte. Wir gehen auf alle die. Und was passiert dann, wenn die Clock runter geht? Zehn. Neun. Acht. Sieben. Gibt's den ersten... Das erste Unentschieden? Vier. Ja! 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 Alter! Hier, Mann! Alter, war das klug! Ja, richtig gut, Flo. Richtig gut, Mann! Alter, was geht ab? Ja, die Meisterleistung. Ja. Gibt's doch nicht. Was geht ab, ey? Krass. Wir haben noch voll sinnlos zwei Leben verloren, weil wir einfach gejubelt haben und gestorben sind. Aber das macht ja nichts. Total Universe, das wäre das nochmal gespielt. Alter, jetzt habt ihr 15 Punkte, oder was? Ach, fuck. Puh. Alter. Okay, kurzer Zwischenstand. Bella und Doom. Null Punkte. Yeah! Team 2, Flo und Wirt, 15 Punkte. Führen damit. Team 3, Chiara, siemals 12 Punkte. Das ist richtig gut angekommen. Und Moritz und Dich haben 6 Punkte. Wir haben 6 Punkte. Wir machen natürlich jetzt unseren 9. Ich meine, das sind Doom und Bella. Alles andere wäre eine Blamage, Moritz. Was soll passieren? Plassieren? Lass uns mal zurückgehen und eine neue Map ausspielen. Ja, du solltest mal eine neue Map machen. Soll ich's dir ranhalten? Ich kann nicht halten und spielen. Könnt ihr mal X drücken? Anti-Trollsoft, woher sagt sie starben für den Sieg. So nämlich. Okay, das heißt, wir sind das Grünliche. Das Grünliche? Ja, wie sagen wir den? Hatten wir's schon? Türkis und Grün seid ihr. Ach, perfekt. Ja. Okay. Was? Rüber. Alter. Also Moritz und Dich sind... Tor! Nein! Sehr schön. Moritz und Dich sind 3 und 4. Also Wasserball. Wie ruft man denn bei Wasserball? Ähm... Weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, was ihr für Assoziationen mit Wasserball habt. Aber die haben ja auch Tore einfach, ne? Marco Polo! Da wirft man nicht einfach einen Ball ins Wasser auf der Gegenseite. Oh nein, ich bin gar nicht. Da wartet man nicht. Da ist doch Wasserball. Ich versteh das nicht. Aua! Ja, man ist im Wasser, ne? Ich hab mich hier an den Wasserballregeln orientiert. Ach, das erklärt einiges. Die heißen zum Beispiel nicht treten unter Wasser, ne? Das hängt überhaupt nicht durch. Nach vorne los! Scheiße Minuspunkt. Gibt es so ne richtig krasse Wasserball-Liga? Oh Leute, ey, das ist echt nervig. Dieses scheiße Wasser, ey. Shit! Die führen! Wir sind halt im Führer! Ja, toll! Ey, das können wir echt nicht machen. Danke! Ich hab Dich jetzt weggeboxt. Super! Ich sag doch, wir sind ein klasse Team. Und? Ihr verliert den Punkt. Ihr verliert den Punkt. Oh nein! Ihr dürft nicht ins Wasser fallen. Ja. Gut, dass Wirt das nochmal erklärt hat. Oh, Superbälle. Gut, beim letzten Spiel. Sag das doch, dass wir nicht ins Wasser fallen dürfen. Naja, zumindest nicht so. Ey, ihr habt keine Punkte. Nichts zu verlieren. Und nach vorne los. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Alter, was? Ich werf den noch in die Arme, oder was? Boah, fuck. Das war Glück, ey. Ey, das gibt's ja nicht. Nein, ich bin zu schlecht. Gut. Alter, wo bin ich? Oh, krass. Können wir jetzt nochmal fucking Tor machen? Geil. Ja, ich hab hier. Zack. Box sie weg. Nein! Ja! Nein! Endlich. Ach ne, ich bin ja für Team... Nein, falsche. Team Doomer. Team Doomer. Bell of Doom natürlich. Lass ihn liegen und kommen wieder zurück auch. Team Doom? Fuck. Oh nein. Lass ihn doch einfach weg. Wirf ihn doch weg. Du Dummkopf. Ich komm, oder nicht? Du Dummkopf. Du kannst nur nicht mehr String werfen, kannst du noch? Leute. Was ist denn los? Ja, 3-0. Ach ne, ich bin ja gar nicht 3. Was hab ich denn hier für'n Partner, ey? Oh shit. Egal wie führends. Hör auf dich zu beschweren. Dennoch? Wart mal ab hier, Alter. Du hast ihn gerettet, Bella. Ja, du hast ihn gerade gerettet. Danke, Bella. Oh nein. 30 Sekunden. Ja, komm. Easy. Wir können einfach auch chillen. Oh was, springt der einfach vorbei? Nein, nein, nein. Runter! Nein, 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 nein. Das ist fantastisch. Ich liebe dieses Spiel. Wenn du den Ball ihn nochmal hochgeworfen hättest, wäre es ein Punkt gewesen. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh, was passiert da alles? Hä? Wie ist das denn passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie konnte das denn passieren? Ich lehre das an. Oh, es wäre das unangenehm an einem. Sie konnte das denn passieren? Das ist unangenehm. Na ja. Also ich würde jetzt richtig abkotzen. Ich würde nochmals formen, Alter. Wenn ich das jetzt alles... Also wenn ich das organisiert hätte, wäre es mir egal. Es kommen ja noch ein paar Spiele. Es sind einfach alle gerade gleichzeitig gestorben. Und dann ist der Ball untergegangen zurück. Ja, nice. Alter, das war krass peinlich. Besser als auf Zeitspiel. Ohne Mühe, ohne Skill. Ja. Das war krass peinlich auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Okay. Oh Mann, ey. Oh nein. Sandra hat so Ehrgeiz, Mann. Der Arme. Ehrgeiz. Tut mir auch leid, Mann. Äh, Merlis Random Stuff sagt Sandro ist ein bisschen Sandro. Wir sind jetzt mit Runde 2, sind wir schon durch. Ja, das stimmt, ja. Kurzer Zwischenstand nochmal. Ähm, Flo und wir führen mit 15 Punkten. Uh, uh, uh. Chiara und Dima folgen mit 12 Punkten. Ja, ja. Hier sieht man es. Ein bisschen klein. Ja, das ist fantastisch. Ja, so ist es. Ja, so ist es. So mal mit den Fingern. Moritz. Moritz und ich haben 6 Punkte. Ja, das geht größtenteils an Sandro. Ich versuch alles. Und Bela und Doom haben 3 Punkte. Nichts Null. Nichts Null. Nichts Null. Was für ein Sieg. Wie siehts aus mit Werbung? Sollen wir Werbung machen? Ansonsten können wir direkt mit Runde 3 weitermachen. Jo, guten Tags Party. Geil. Dann dicke Party. Ähm, ja. Bis gleich. Hallihallo, herzlich willkommen zurück zum großen Sports Friends Turnier. Äh, wir sind noch nicht alle beisammen, weil einige noch in der Pause sind. Äh, aber wir haben zwei Runden hinter uns und in der dritten Runde steht Super Pole Riders an. Ähm, das ist hervorragend. Das wird ganz, also ich glaube das wird das actionreichste Spiel bisher, weil das ähm, ziemlich hektisch ist, ziemlich viel hin und her geht. Äh, kurze Erklärung. Ein Ball ist in der Mitte eines Seiles befestigt. Ihr müsst mit einem Hochsprungstab versuchen den Ball, ähm, in das Tor des Gegners zu bringen. Man kann nicht nur den Ball in eine bestimmte Richtung bringen, sondern auch die Gegner wieder aufs Maul hauen, so wie wir es bisher auch gemacht haben. Äh, das war sehr schön. Ähm, man kann die halt richtig wegkicken. Wir werden es ja alles sehen. Und wer zuerst drei Tore macht, der gewinnt. Das kann sich alles sehr in die Länge ziehen, wenn der Ball die ganze Zeit hin und her geht. Ähm, das werden wir gleich sehen. Gibt aber auch Zeit, oder? Ja, auch. Es gibt auch Zeit, ja. Ähm, deswegen also, entweder die Zeit ist abgelaufen, deswegen auch wieder unentschieden möglich, oder aber wer zuerst drei Punkte macht, der hat dann halt die drei Punkte bekommen. Ich glaube es gibt sogar einen Sudden Death, wenn unentschieden ist. Ja, aber das haben wir auch rausgenommen, weil wir es nicht unentschieden haben. Alles klar, alles klar. Exakt. Soviel zur Erklärung. Wir können kurz mal raufgehen und wenn ihr wollt, hier nochmal durchgehen, wie überhaupt die Steuerung geht. Das wäre Bella nochmal ganz wichtig. Das ist jetzt nicht nötig. Aber ich würde... Linker Stick zu bewegen, rechter Stick, äh, um die Person daran zu bewegen. Sollte Keanu auf jeden Fall sich nochmal angucken. Ne. Linker Stick, die Person, rechter Stick, der... So rum. Die Stange. Einmal... Bitte? Den Stab der Liebe. Den Stab der Liebe. Ähm, so sieht das Ganze dann aus, wie gesagt. Die Bälle sind in der Mitte irgendwo und du musst halt dann ins Tor des Gegners diesen Ball bringen. Ähm, ich glaube das erklärt sich sowieso vom Spielen selbst. Spielen wir an einem Controller? Das wäre mega. Beide? Kann ich Flo ein bisschen näher? Ich glaube nicht, oder? Ne, du kannst doch... Man kann auch zu zweit. Du kannst ja auch zu zweit. Nein, machen wir an einem Controller. Das können wir... Du willst doch nur Sandruppen hören. Nein, pass auf. Ich würde vorschlagen, wir machen es erstmal so, also mit vier Controllern. Und wir haben ja dann noch Zeit. Wir können noch eine vierte Runde ranschieben. Da machen wir es an einem Controller. Okay. Ja. Gut. Sehr gut. Dann ähm... Können wir auch zu full an einem Controller sein? Welche Teams beginnen? Das geht leider nicht. Ähm, es beginnen wieder Team 1 gegen Team 2. Das bedeutet Bella und Doom gegen Wirt und... Wie war der Name? Ach ja. Flo. Hey. Hey du. Ich will rüber. Und wo ist dein? Ich muss auf dem Platz hier sitzen bleiben. Er ist der Glücksplatz. Achso. Okay. So. Ich kann ja jetzt die Fahrt auf den Z bringen, ne? Dann gehen wir wieder nach rechts. Wo! Wenn ihr fair seid, dann könnt ihr ruhig mal ausprobieren, wie die Steuerung... Ach, facke. Nein Nein, nein! Ich bin der Bärmann. Ich bin auf jeden Fall Generous Marco. Ich bin ... ...Mannbearpinkt. Oh, Meine! Oh, Meine! Kann man hier auch random? Oh, das ist die schwerste Map. Du kennst es? Ja, ich kenn das Spiel. Okay, welcher bin ich? Ich bin der Erste. Oh, verkackt direkt. Eingetötet. Das ist aber zuvier doch wirklich ein krasser Hackmack, ey. Ich find's mega in einem Kontor. Ja, das machen wir in der Runde vier. Oh, hey. Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Ich komm richtig von hinten. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung. Komm, den können wir einfach schon reinschieben. Ja, nice. Oh, da komm ich grad noch rein. Dann müssen wir das komplizierter nicht spielen. Wir machen selbst kompliziert. Ihr tötet mich dauernd. Nice. Oh nein, geblockt. Bam. Und kaputt gehauen. Nice. Bam. Ich muss mir sagen, was ich drücken muss. Oh nein, du brauchst nur das hier. Die Musik ist voll komisch. Der eine macht dann... Beim linken Stick bewegst du den... Ich reingedrückt. Sorry. Ihr könnt mit dem Stab auch den Ball natürlich ein bisschen weiter drücken. Das geht auch. Sehr schön. Ich hau mich immer kaputt. Okay. Was zum... Wer ist denn eins und zwei und drei und vier? Das sind wir und ich. Ich bin drei. Oh, jetzt bin ich einfach weggeschrieben. Wir haben gerade dadurch herausgefunden, welche Firma Bälle hat. Das ist bestimmt was von Rath zu hören. Wir sind weg. Ja. Oder von Bayer. Ja. 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 Nein, Mann. Da hab ich wenig zu machen. Also, das war so ein bisschen jetzt sehr nah. Okay, warst du das? Eigentlich haben wir wieder gute Musik am Start. Also, wir mussten ein Stück nach links nicht gegangen, um diesen Wissen hinzukriegen. Genau, okay, das ist krass. DJ Neisenstein. Einmal Dankeschön und Applaus für DJ Neisenstein. Wir hatten das. Ja, easy. Oh, easy. So, ähm... Ach, wer hat denn gewonnen? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Na, wer denn wohl? Na, wer denn wohl? Ja, hallo. Ihr seid wohl das Team Sympathisch. Wir sind Team Sympathisch. Ausrufreichend. Wir sind wirklich lange nicht, wer ich bin. Einmal Wechsel. Team 3 gegen Team 4. Okay. Dann bist du dreißig geworden. Das scheint gar nicht. Also, hier beide Dinge haben wir. Und dann habt ihr mich gefunden. Ja, genau. Bei den Rocket Beans. Hey! Werft euch alle! Komm ich noch vorbei? Ja. Mach mal Setup game. Weil wir ja nicht auf der gleichen Map nochmal spielen wollen. Hey, der sieht aus wie echt im Leben. Ich bin der Bär. Das stimmt. Ich bin's down cold. Ups, ich bin zurückgegangen. Sorry. Muss ich hierbleiben? Äh, ja. Wir sind blau. Hier sind die Walters. Wir sind blau. Warum Bär ist denn jetzt zurückgegangen? Ich bin ein Bär und ich bin ein Bär. Los jetzt, Leute. Hey, warte mal. Du ist ein Bär? Ich bin ein Bär. Wieso? Ich bin doch der da unten. Ich bin links unten. Ach, der. Okay. Warte mal, warum wollen wir das gleiche nehmen? Das hat schon hin. Okay. Alles richtig. Ihr verzögert das hier gerade. Ich bin ein Kunal. Ich bin der Bär, Moritz ist Stone Cold. Okay, cool. Und ihr seid halt die anderen. Ja, ja, ja. Random. Cool. Schauen wir das mal die Steuern an. Achso. Oh, okay. Ich bin zwei. Gut, dass man nicht erkennen kann, wer man ist. Alter, also ich bin, äh... Okay, hier hast du es natürlich drei. Ich bin drei. Oh, nein, nein, nein. Fuck. Genau, dieser Map kann die Stange unten in der Mitte nicht auftreffen. Alles klar. Oh, mein Stab ist weg. Achso, dann kann man drauf machen, oder was? Oh, okay. Oh, ich hab einen weggeschleudert. Oh, fuck. Oh, nein, falsche Richtung. Ohhhh. Gut, war's runter. Auch wenn ich weiß, ob der gewollt war. Äh, halb, halb. Das ist ja nervig, ey. Ich hasse dieses Spiel. Das orange Team läuft die Schiebe. Das ist ja nervig mit diesen langen Dingern. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Es kommt nicht auf die längeren. Ständig flattern die überall rum. Habt ihr eure Stäbe nicht unter Kontrolle? Null. Ohhhh. Danke. Moritz, streng dich mal an jetzt. Wer jetzt einen Peniswitz macht, der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Oh, fast. Der hat gewonnen. Okay, man kann da in der Mitte also nichts machen. Nee. Man muss ja eure Stäbe benutzen. Ohhhh. Einfach in der Ecke. Man kann da wirklich keinen Nerv befinden. Moritz macht einfach gar nichts hier. Ich bin mir nicht so sicher. Aua. Muss man dazu nicht erstmal Freunde werden? Zurück, zurück, zurück. Ja, shit. Was macht denn das? Ja, ja. Moritz, was machst du da eigentlich? Ich check's nicht. Wer ist denn, Moritz? Wo ist die 4? Eher, geil. Scheiße, ist gut Moritz. Hast du? Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich weiß auch nicht. Ich halte fest. Team kein Ehrgeber. Wir müssen ja rauskommen. Zweiter Generation. Ich hänge in der Mitte Gruppe. Das ist mir scheißegal. Du beziehst. Ohhhh. Nein, das ist mir scheißegal. Das ist Yoga, glaub ich. Nein. Geblockt. Moment. Ich check's nicht. Oh, das war sehr weit. Sehr weit. Und jetzt musst du... Das war knapp. Rüber dödeln. Rüber dödeln, Moritz. Rüber dödeln. Nein. Dödel noch rüber. Dödel nicht. Ihr habt euch hier noch an Dödeln verfangen. Alter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin dauernd. Ich halte dich hier nach vorne. Du kigst lieber. Der kann ja nicht. Bullshit. Ahhhh. Einer zieht! Ja, oben. Wir bauten sie. Schildkastchen. Das ist kein E-Karne. Ich bin dauernd. Oh! Oh! Dann ist es mit Kasten. Brav, stimmt. Shit. Shit. Ja. Oh nein. Komm. Oh, ich bin dauernd. Ich bin dauernd. Dauerte ihm auch noch einen Punz? Nein, nein, nein! Und? Eben war das noch schwer, dass wir... Scheiße! Oh! Reinschieben! Jetzt dürt ihn! Nein, niemand dürtet dir irgendwas, okay? Schieb ihn doch nicht! Nein, man ist echt geblockt den scheißen Socken! Zeig's dir! Ey, was macht ihr denn da? Wir blocken euren Scheiß! Mach's auf Kopfblock, echt! Ey, ja, komm! Was willst du denn da machen? Ja, ich kann ja nicht von dir nicht in die Eier! Warte! Das ist doch Kacke! Das ist Verschiebung! Uuuuh! Weißt du noch, wie wir beim ersten Spiel eingeklatscht haben? Gerne, gerne! Sollten wir das nochmal versuchen? Vielleicht klappt das dann besser! Äh, ja! Herzlichen Glückwunsch! Würdest du noch was mit uns heute? Wer weiß! Mal gucken, wenn die Kameras ausgehen! Hey Sandro! Ey, das war echt ne fiese Map, weil man kann in der Mitte halt nix machen! Ja, das stimmt! Team 1 gegen Team 3 ist das nächste! Das bedeutet Bella und Doom wieder! Ich bin langsam drin jetzt! Ja, ich glaub da war krasser Lag drin auf jeden Fall! Ja, genau! Das war der Controller! Danke! Weil sonst ist Sandro besser! Mann ey, das gibt's doch nicht! Wir sind immer noch bei 6 Punkte, Moritz! 6 Punkte, Moritz! Das ist ein guter Titel! 6 Punkte, Moritz! So viele Punkte hatte ich noch nie! Auch nicht in der Schule! Ich sollte mal sagen, das ist immer so ein Abischnitt! Yo, 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 yo! Ich bin der Bär! Ja, bin der Abendfahrt ja nicht! Genau! Was auch immer Limba ist! Okay! Ja! Dann steuerst du, glaub ich... Bitte nicht wieder die gleiche Map! Und... ...und... ...random! Oh! Ja, die ist wirklich sehr nervig! Aber unten gibt's immerhin Boden, oder? Du steuerst dann alles mit einem Daumen! Ja, ja, du kommst halt nur in der Mitte schwer ran, weil die tiefer ist! Okay! Ich verstehe! Oder... ...konst ist danach die Spaß und Down! Ja! Oh, falsche Richtung! Ich mach das, ich mach das! Cool, cool, cool! Nein! Sehr gut, danke! Aber erstmal... Echt mal, ey! Leute! Ich fühl das! Wenn wir gleich alle mit einem Controller spielen, wird's einfacher! Das glaub ich wirklich! Es ist einfach weniger Dödel involviert! Es wird immer einfacher! Es wird immer noch vier Leute! Nein, das sind nur... Nein, das sind nur zwei dann! Vier Leute... Wo ist das Ding? Achso! Achso! BAM! 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 Jetzt musst du auch was machen! Ich hab den schon bis hierhin gebracht! Oh fuck! Und vor der Chat das mal beantworten, falls ihr uns überhaupt hört! BAM! 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 Mit einem Controller spielt, das ist vier Charaktere! Oh nein! Oh nein! Scrapy hat Theramie zugefunden! Nein! Scheiße! Wir müssen Dödeln! Ey, Millimeter, Millimeter! Nein, die fehlen da nicht hoch! Lass mich hier nur! Dödeln! Irgendwas gegen Dödeln! Was ist das denn? Ich hab so verstanden, dass die... Scheiße! Scheiße! Das mach ich hin! Wenn die Reusche macht Punkte bringen würde, dann hätte Böde Bella auf jeden Fall für... Lautstärke ist ein Argument! Ich glaub, es sind vielfach viele... Ich weiß aber noch nicht, wie viel lauf ich, ne? Ja! Ey! Danke! Der war die Eins! Sehr schön! Ich hab den Dreh raus! Okay! Okay! Oh! Nein! Fuck! Was? Wie ging das denn, ey? Egal, der ist gut! Warte mal, wer bin ich? Du bist zwei! Ja! Aua! Ich krieg ihn aufs Maul hier! Wir sollten nicht machen, was war die Eins! Was ist das für ein Scheiß? Oh nein! Ja, Dima, das wohl... Oh nein! Der starb zu kurz! Das stimmt! Aua! Selten! Ich könnte so'n racist Witz machen, ey! Das ist normal! Oh, das war ein Dich-Witz! Ja, sehr schön! Letzte Minute! Letzte Minute! Letzte Minute! Ich weiß nicht, aber... Ich hab's schon so'n... 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 Wenn du auf die Köpfe springst von denen! Du kannst es gerne synchronisieren! Kann man nicht mal ein Tennis-Spiel, wo man die Sounds... Aua! Der kick deinen Stab nach oben, Läller! Nein! Ich hab's schon mal! Okay! Sehr gut! Dann... Du machst das! Ich weiß auch nicht! Auch das ist nur 2-0! Siehst du was, was ich sehe? Ja! Was ist das denn? Halt die Füße an! Los! Los du! Baller! Baller! Der ist zu hoch! Baller! So, rüber jetzt hier! Du hältst deinen Stab hoch! Ich muss Stab hoch springen! Aus dem Weg, ey! Aha! Wisst ihr noch? Wie gesagt, wurde eben das erste Spiel das schwerste! Ja! Nein! Boah! Sie! Danke! Wir sollten weiter das Fußballspiel spielen! Danke! Danke! Wir sollten weiter das Fußballspiel spielen! Das könnte jeder wenigstens wissen! Nee, ich könnte es ja weglaufen! Mach das mal! Team 2 gegen Team 4! Moritz! Ich hab wieder das Vergnügen! Oh Mann, ey! Oh Mann! Ich glaub, Bella und ich im Team werden viel besser mit Führung ausbauen! Wir müssen wieder 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 mit Führung ausbauen! Doch! Wir können in Runde 4 neue Teams auf jeden Fall machen! Gucken wir mal! Wär mega! Wär mega! Wenn wir gewinnen, Bella! Mega! Na, bin ich mir noch nicht sicher! Müssen wir mal kurz! Lass mal weiter so spielen! Wir werden Close-Ups! Wir müssen uns mal aufnehmen! Wir müssen uns mal demoralisieren! Die ganze Zeit! Ich will wieder den Bären spielen! Ich nehm auch den Team mit dem Hut! Nee, dann nehm ich Marco natürlich! Oh, Chiara ist echt stark! Wird es in Zukunft öfter auf RBTV zu sehen sein? Nein! Nein! Hallo! Hallo! Es wurde ja auch schon einmal! Let's play mit dem Boden! Nein! Das ist nicht einfach so! Ja, nein! Alles zu schlecht! Das ist ja! Hey, Moment mal! Das macht mich ja unter! Oh, guck mal! Oh nein! Ich bin zu weit! Das bedeutet, ich bin gut! Nein! Die ist einfach schlecht! Man, du musst einfach nur drehen! Den rechten Stick! Ach so, okay! Genau! Ah, freck! Okay! Das ist ein bisschen dynamischer! Hier, du musst halt pressen! Nein, Danny! Scheiße, hör mal einen! Beide unten! Doch nicht! Ich schieber! Ich springe mal! Ich hab's versucht! Alter, das ist ne gute Taktik, Danny! Ah, ich bin auch da! Kurz vor dem Ziel! Ah! Ah! Check! Ah, guck mal! Der Flo muss jetzt für jeden Punkt der Gegner einmal Liegestütze machen! Der Satz fing an mit Bella gecapst! Ich weiß nicht wieso! Mann, wir haben noch fast... Oh! Ja! Wahrscheinlich die Ersten hat, ne? Ah! Direkt nicht wie ich wohnt! Alter, du musst den rechten Stick einfach nach rechts drehen! Aber nach unten! Das ist so! Ah! Oh, cool! 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 Der hat mir jetzt noch mal einen Rücken gezogen hat hier! Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Der hat mir denn da irgendwie seinen Fuß ins Gesicht getreten! Ich bin eigentlich dafür, dass DJ Neisenstein wieder ein bisschen Action macht! Oh, nicht, sorry! Ich hab mich gefreut! Ach so! Gut, wir haben das noch nicht! Ja, ein bisschen! Ja, ein bisschen! Wir brauchen mal ein bisschen Gabba! Danke! Jetzt bin ich auf den Feier, Mann! Oder auf mich! Fuck it! Ey, wir kommen nicht mehr hinterher! Dring vor! Oh, ich wurde... Nein! Ja! Fuck! Fucking finally! Ihr Fucker! Das war Boris in zwei Jahren vielleicht hoffentlich sagt! Ich hab den Job nicht verstanden! Ist nicht so schlimm! Mach das! Oh, ich hab mich ein bisschen vertüttelt hier mit meinem Ding! Ja, genau! Das ist doch genauso passiert! Oh nein! Mach ihn, Alter! Ich komm nicht hoch! Die meisten von uns sind immer im Lobby-Booli auf der Seite! Geh doch in die Reihen, du scheiß Ball, Alter! Ey, weggekickt! Die Chance hätten wir nutzen müssen, Mann! Aber das ist ganz geil, wenn man zwei Style... Ja, genau! Immer abgetont! Ja! Das wär krass! Wir haben auch eine neue... Eine Frage! Chiara, Ben, Fabian und Gregor! Scheiße! Ich bin nicht dabei! Kein Recall! Was denn hier mit... Wie von mir eigentlich? Wir regulieren hier voll durch die Gegend! Das stimmt! Oh nein! Fuck, tot gegangen! Nein! Ja, bestimmt! Ja komm, mach auch! Ich bin zum Bieb auch gut! Ey, 14 Sekunden, komm! Ey, der stand auf meinem Stab! Oh nein! Hau ihn nach vorne! Mann, wir haben zweimal die Chance gehabt, ey! Das nervt mich, ey! Nochmal glücklich geblockt, da! Wenn wir von oben... Wer kommt, ist es? Huh! 1-0! Man muss auch mal... Ey, Sandro! Ich schlag eine neue Rubrik vor! Lass mal gemeinsam Dark Souls durchgehen! Ich bin seit drei Monaten hier und komplett fertig schon, ey! So, ähm, wer ist denn? Team 2 gegen Team... Ne, das war gerade, oder? Ich glaub, jetzt kommen wieder Chiara und... Ja, Team 3 gegen Team 2! Also Flo und Wirth, ihr könnt sitzen bleiben! Okay, cool! Äh, gegen Chiara und... Wir müssen das jetzt zum Gewinner-Couch machen! Chiara und Dima! Können wir Couch tauschen? Bald hoch! Also, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir das... Sandro kotzt innerlich, oder? Ich könnte mich hier einfach den ganzen Abend nur damit befassen! Und wenn nicht, dann kommst du zum Sun-Dev zwischen uns! Mit beim Abkopfen? Bela und Dima spielen Dark Souls! Aber ihr habt danach noch eins, ne? Gegen Bela und Dima! Nee! Haben wir denn gerade behauptet, ich würde nur zum Saufen da sein? Aber es kann doch gar nicht sein, dass es dann immer noch unentschieden spielt! Und jetzt dafür hier arbeiten! Wir sind eine 3-Funk-Führung, die Schalter verliegen! Also, weil ich mit den Leuten saufen habe! Ist das wahr? Ist das korrekt! Okay! Das wusste ich gar nicht! Nein! Ich brauche mein Stirnband! Beef Girls Edition mit Bell-Kiara-Nasti und Sandro! Ich brauche... Oh Gott! Schreibt keine... Ich brauche den Typisch! Mal also rum, halt! Ich weiß, wie man den Witz erklären muss, Moritz! Wer? Wer? Wer bin ich denn? Ich? Okay! Ich bin 3! Du? Ach, du! Richtig an oder richtig ran? Ja, mein... Ja, geht nicht! Ah! In den Mund! In den Mund rein! Ja, ich muss wiederkommen! Ja! Okay! Dima, komm noch mal! Was? Was? Nee, warte mal, ich bin ja 3! Nice! Spielen wir noch einen anderen? Das macht nichts! Danke! So, Moment! Sandro, ich habe den Rundown nicht durchgelesen! Spielen wir noch ein Spiel? Ist gar kein! Nein! Das ist der Witz! Ähm, wir spielen nochmal dieses wundervolle Spiel, was wir gerade spielen! Tu es! Aber an einem Controller! Aber an einem Controller! Das ist die Runde 4! Wir wollen... Wir kommen jetzt hier ab! Ah, ich springe runter durch! Da wird es, glaube ich, ganz viele Unentschieden geben einfach! Oh Mann! Schieb ihn rein! Schieb ihn einfach rein! Ja, warte, warte! Die blocken um mich! Ich block ihn! Sprung! Oh Mann! Los, los! Macht nichts! Macht nichts! Wir machen das noch! Ah, dieser Kupfer! Hast du ihn? Geil! Danke! Und nochmal! So! Okay, ich habe einen wegge... Ja, das ist gut, das ist gut! Ach, weiter! Hier ist ja nochmal dieses Spiel, wo man Fragen beantworten muss! Cripplash! Cripplash! Ich bin da unten, das ist auch gut. Ich bin da unten... Der Kupfer ist auch gut! Alter, machen die das denn? Das hat mich tot! Ich bin am Eingelaufen mit meinem Thing! Nein, und falschrum! Wollte ich nicht! Weiß ich auch nicht! Ach, nein! You can do it! Danke, danke! Oh man! Nein, wir müssen die jetzt mal wegkicken hier! Die sind ja alle so ein bisschen am Rumschlenkern! Alter, okay. Wie ist das Turnier geworden? Was, das war schon? Ey, wie viele Punkte habt ihr schon? Scheiße, 2, 2, 6. Wie konnten sie die Steuerung so gut machen? 18, 26. Nein, die... Na ja, in Runde 4 wird sich alles nochmal verändern. Ja, die haben uns getötet in einer Tür. Aber Arin spielst du in dieser Runde noch? Wie muss ich wir uns in den Armen liegen und weinen? Ja, und toll. Und zwar... Moritz, wir müssen leider noch einmal. Es geht um den dritten Platz. Wir spielen ja noch in Runde 4 eigentlich. Ich hab gerade gesagt, ich bin so. Wir gehen noch essen, ne? Ja, aber wir sind natürlich auch in der Team-Games-Redaktion. Wir mussten eigentlich tun was. Na ja. Nein. Team-Red-Gewinde. So, Sandro. Ja, was machen wir? Wir holen doch mal unsere drei Punkte, die uns noch fehlen für den Sieg. Ja, das wird Zeit, ne? Glaubst du, da kommen wir noch dran? Glaubst du, wir können du und Bella noch einmal? Ey, das Ding ist, eigentlich ist ja eine Runde 4 noch geplant, aber für uns ist halt einfach keine Chance mehr. Ich würd sagen, die Runde 4... Obwohl, na ja, man kann ja noch neun Punkte machen, ne? In der vierten Runde. Also noch ist nicht durch. Ja, aber sechs Punkte und 24 Punkte... Ja gut, ihr schafft's nicht mehr. Ey, für mich steht's Schwarz gegen Spaß. Ich bin der Bär. Ich bin auch ein Bär, wir sind alle Bär. Das stimmt, 3 gegen 6? Ja. Das ist korrekt. Das ist grad vorletzter Platz, also wenn ihr gewinnt, gibt's ja noch ein Stechen zwischen Platz 3. Jetzt habt ihr mich abgelenkt. Ja. Oh shit. Zero schickt euch aber ein Herz, Dima und Chiara. Danke, Zero. Danke, Herz zurück. Zubigens der falsche Flu. Der falsche, ist der Zero. Äh, inwiefern ist der der falsche Flu? Ach, wir sind beide Bär. Ja, nein. Oh, Mann, Sandro. Nein, wir sind ja blau. Jetzt aber. Wir sind jetzt in eine andere Richtung. Also, der könnte ich gleich noch. Endlich, Alter. Ihr seid blau und lila. Ja. Schön, dass ihr sie jetzt rafft. Nach dem ersten. Da kann keiner sauer sein. Ah. So, jetzt ist unsere... Fähigstens gegen... Unser Rache-Zug. Wobei, es ergibt keinen Sinn gegen euch. Nein, ich war jetzt ne Rache-Zug gegen uns gewonnen. Schön, der Thrashtor. Team sind die Geschichten erzählen. Warum er Rache möchte? Warum ich hier vorbei dabei bin. Oh, shit. Ja, ja, rein. Er weht sich raus. Ja, ja, ich bin da nicht rein. Nicht rein. Er darf nicht rein. Ich mach grad gar nichts. Bella, ihr müsst auf die andere Seite. Ja, aber ich mach lieber nichts. Nein. Sorry. Danke, Bravo. Wow. Ach so, gerade hast du gesagt, ja, ja, rein. Oder bezog sich das auf was anderes. Devastated. Ich bin bezog sich auf was anderes. Ich bin verwirrt. Ich glaub, der Team-Spirit geht hier langsam wieder hoch. Es hat Spaß gemacht, mir wieder irgendwas zu gewinnen. Ja. So, ey, hier drei Punkte dazu. Ganz wichtig. Ey, Sandro, kein Ding, wir gewinnen die Herzen des Chats. Das ist sicher. Bestimmt. Sicher, wie du siehst, das ist sicher. Mal gucken. Das geht richtig ab. Ja. Endlich ist Frau Harten nicht mehr so praktisch. Entweder wir beenden. Ey. Warte. Wirklich? Entweder wir beenden jetzt schon mal und spielen trotzdem eine vierte Runde. Ich bin keine Stimme. Also wir spielen so oder so eine vierte Runde. Es ist nur die Frage, ob die vierte Runde auch innerhalb des Turniers stattfindet. Nein. Drei waren vorgesehen. Ja, an sich bringt das ja nicht. Selbst wenn wir jetzt das gewinnen würden, wären immer noch zwei. Ich würd sagen, dann beenden wir das Turnier erstmal. Ähm, machen dann neue Teams. Neue Teams, würd ich sagen. Und spielen dann alle an einem Controller. Also nicht alle zusammen an einem Controller, sondern zwei Leute an einem Controller. Das wird nämlich ein ganz großer Spaß. Aber erstmal müssen wir die Gewinner kümmern. Der einzige der neue Team will, das Sandro. Was? Was? Du bist der einzige der neue Team will, hab ich gesagt. Theoretisch schon. Gibt's doch eine Siegerehrung. Ja, es gibt eine Siegerehrung. Mehr haben wir nicht für euch. Aber fühlt euch gedrückt und wir die größten Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Hochverdient. 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 Komischerweise zwei aus der Games-Redaktion. Naja. So, ähm, müssen wir, lieber Regie, müssen wir irgendwie kurz ne Pause machen oder können wir direkt weitermachen? Äh, Paul muss zum Klo, ja. Okay, Paul muss zum Klo. Wir können auch aufs Klo, alle zusammen. Also bleibt dran. Gleich geht's in die vierte Runde. Unabhängig vom Turnier, wie auch immer. Wir bleiben, oder ihr bleibt hoffentlich dran. Bis gleich. Hallihallo, da sind wir wieder zurück zum großen Sports-Friends-Turnier. Und wir haben sogar schon Gewinner. Ich wiederhole's nochmal, wie ihr und Flo. Naja, ähm, drei Runden haben wir gespielt. Aber wir haben gesagt, wir haben immer noch Bock, ähm, und es gibt einen schönen Modus. Wir haben immer noch Bock. Wir wollen aber andere Teams haben. Wir wollen aber die vier Teams haben. Also, das hab ich jetzt einfach mal bestimmt. Warum wohl? Ich hoffe, damit gehen alle fein. Ich hoffe, ich bin trotzdem wieder. Das Ding ist, wir spielen weiterhin dieses Spiel, also Super Power Riders, aber wir spielen's nicht mehr, wie wir es eben gemacht haben, dass jeder einen Controller hat, sondern zwei Leute sind an einem Controller. Das macht's ein bisschen schwieriger, weil der eine halt die Figur bewegt und der andere den Stab bewegt. Ähm, das wird ein Riesenchaos. Ich hoffe mal, dass es so ist. Ich glaub, es sind vier Personen, die das spielen. Ich glaub nicht. Wir werden sehen. Ich glaub, es wird besser. Das ist dann wie bei CatDog, dass an einer Stange an beiden Enden Personen hängen. CatDog. Okay. Wie auch immer, auf jeden Fall brauchen wir erstmal neue Teams. Wer will denn jetzt die Losführe sein? Bella? Ich hab mich richtig gebondet gefühlt mit Sandro. Also, Team 1 sind. Ich möchte so gerne, dass ihr euch wieder zieht. Ja, ich auch. Das wär so schön. Ich möchte wieder Sandro. Okay, ich hab mich zuerst. Typisch, typisch. Schon wieder? Das war vorhin auch schon die erste. Also, wenn ich jetzt wieder die gleichen Teams ziehe. Das wär fantastisch. Das wär unfassbar beschissen. Ich will... Sandro! Ja! Oh Gott! Du hast doch mal direkt... Hast du direkt die zweite E-Sportlerin gezogen. Okay, Team 2 sind... Mein zweiter Wunsch ist Flo. Doom! Ja. Ich kämpf dich ungern ab. Doom! Okay, wenn jetzt Doom und Moat kommt, dann ist es richtig leer. Doom und? Weißt du, warum denn? Ja, weil dann sind... Die haben... Achso. Dima! Die sind da, Bros. Nice! Dima! Dima! Doom und Dima! Das Dungeons & Dragons Team! Doom und Dima! Doom und Dima! So, Team 3 besteht aus... Flo und hoffentlich nicht wird... Ziviert. Ziviert. Warte, zieh nicht das! Nein, jetzt nochmal wird ziviert. Ja, ist das halt so. Dann, glaube ich, ist es Betrug. Schiebung. Ich weiß es jetzt schon. Moritz! Oh! Ich freu mich. Lass mal gewinnen. Lass mal gewinnen. Auf jeden Fall gegen Sandro. Viel Spaß, Flo. Achso, ja, dann sind wir bei den Säger. Geil! Also, Team 3, Flo und Moritz. Team 4, Chiara und... Also, einfach von... Wo Moritz mit mir spielt, macht er sich sogar die Schuhe zu. Jetzt wird es ernst, nämlich. Das war ein Jahrgau. Wir haben hier oder ein Viara? So, Freunde, dann schauen wir mal, wie wir das einrichten. Team Viaga ist... Haut es irgendwie hin? Nee. Team Schwarzkopf. Also, mein einziges Ziel ist jetzt noch, gegen Sandro zu gewinnen. Ja, im Endeffekt, warte mal. Um mal zu zeigen, was... Keine Angst, um meine Controller. Ja, im Endeffekt machst du es nur so, oder nicht? Wow. Nein, du machst... Wenn du R1 drückst. Ja. Also, zwei Controller müssen ja komplett aus dem Match raus. Ja, okay. Also, der hier ist drin, der ist gesplittet. Welcher ist denn der? Ich weiß nicht, wo die Kontrollen alle sind. Das ist angelehnt. Da ist einer. Was? Hier steht Arme Bella, wo es echt mit Sandro zusammen spielt. Welches... Was? Arme Bella. Er steht Arme Bella, wo es echt mit Sandro zusammen spielt. Ja, ich hatte Spaß und die ganze Zeit... Wer muss jetzt mit Wim spielen? Also, erst mal, er muss jetzt hier weitergehen. Das ging halt nicht weiter. Warte. Geht man nur mit einem rüber... Ich glaube, wir müssen zwei Controller ausschalten komplett. Nee, oder geht doch mit jeweils einem rübergehen und dann einmal R1 drücken. Das war mein Gedanke. Jetzt so nämlich. So und doch. Auch R1. Jawohl. Ja, ihr... So, jetzt haben wir es. Sehe, das sind vier Charaktere. Als erstes Bella und ich gegen Doom und Dima. Vier Charaktere. Same, same, difference, still same. Das wird qualifiziert. Aber jetzt steht auch, use L1, R1, was passiert, wenn ihr das drückt. Ja, man spielt immer noch zwei, aber ich glaube, nur eine Stange. Ja? Ich glaube, so ist das. Zwei an einer Stange. Zwei Air. Also, ich bin die Bewegung, du bist der Start. Okay, das wird spannend. Wenn das so ist. Ich meine ja. Wenn man das so ist. Glaube ich. Wir nehmen Team Bear. Ja, Team Bear. Ihr müsst L1 und R1 irgendwie drücken. Steuert mit vier Eck und Kreis. Ich finde es lustig, wenn ich in eurer Mitte sitzen dürfte. Nee, nee, ein Charakter. Okay. Achso, okay. Was, wer muss fast? Sieht das so aus, als würde ich... Ich behaupte es mal so. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt einen Controller. Das werden wir jetzt mal sehen. Und jeder nimmt einen bisschen Controller. Ich weiß nicht, wie erzählt hier? Nee. Oh, okay. Hä, aber wir haben doch trotzdem vier Charaktere. Hab ich doch gesagt, weil niemand auf mich hört. Okay, wir müssen nochmal neu starten. Nee, das haut schon hin. Achso, alles klar. Alter. Das haut schon hin. Warte mal. Du kannst den Falltasten auch noch benutzen. Ich bin froh, dass ich noch nicht dran bin. Okay, das ist besser. Das ist einfach nur, wenn du nicht vier Controller im Haus hast. Okay, gut, dass wir das... Herr Dün? Herr Dün? Ja, hallo. Viereck und Kreis ist bewegen und... Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Alter, das ist ja richtig krass. Warte mal. Was muss man? Okay, ey. Wir machen nochmal neu. Eins gegen eins. Nee, Viereck und Kreis ist halt nach links und rechts bewegen. Für die eine Person. Ja. Richtig weiter. Warte. Ich muss das selbstfach herausfinden. Ich hab's gesagt. Aber... Okay. Ja, ja, ja. Boah. Ich glaube, das geht auch, dass man das mitgenommen hat. Alter, ich kann immer kurz dich spielen, weil ich glaub, ich hab's gerafft. Eins gegen eins. Also die eine Person... Dann nehmen wir einfach einen Konto. Ja, ich glaub so. Moment. So hat wir das... Das ist ja nicht einfach, oder? Also, Viereck und Kreis ist nach links und rechts bewegen für die eine Person und beim Stick ändert sich nichts. Und bei der anderen Person ist halt linkes Steuerkreuz gedöhnt nach links und rechts und auch den Stick. Ich glaub, die spielen einfach schon die beiden. Aber ich hab trotzdem dafür, dass jeder nur mit einer Hand spielt und nicht wie die zwei Spezies hier mit zwei Händen. Aber wie... Was hier doch? Wie soll das denn gehen? Natürlich bewegen und mit einem... Und mit einem Daumen. Nee, 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 nee. Also... Nee, nee, nee. Doch, das geht. Nee, nee, nee. Warte, wir versuchen's. Doch, das geht. Wenn wir beide einen Charakter steuern würden, dann würden wir auch beides gleichzeitig machen. Aber so ist es so, du spielst fast rundenweise deinen fucking... Das ist ja mal richtig scheiße. Also... Oh, du... Also das macht nix besser. Ja. Ey, das ist auf jeden Fall ein mega Modus. Das ist halt für Arme der Modus. Die keine vier Controller haben, sondern nur zwei. Lass uns mal... Ja, wenn du deine Freunde richtig kennst. Ey, Sandro, können wir nicht eins gegen eins spielen? Nee, können wir noch ein Controller? Ich finde es eigentlich gut, aber... Aber so wie Vilt sagt... So wie Vilt sagt, ist schon cleverer mit einer Hand pro Person. Äh, Quatsch nicht. Doch, nee. Du bewegst... Es ist strategischer, es ist langsamer und ein bisschen entschleunigt. Nicht so unübersichtlich. Ja. Und du bewegst dich ja im Endeffekt trotzdem nur nach links und rechts. Und bewegst halt den Stab mit dem Stick. Aber... Aber geht das denn überhaupt? Weil man muss den Stab doch runterdrücken. Du musst es theoretisch mit der linken Hand dann. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Und dann hier nach links und rechts laufen. Und hier machst du halt den... Aber es geht das, du musst nichts gleich zu machen. Nein, musst du nicht. Nee. Den Sprung machst du nur mit dem Stab. Den machst du nur mit der Bewegung des Stabes. Ja. Wir probieren das nochmal. Das war zuversichtlich. Nima, benutzt mal deine linke Hand. Ich glaub, das ist dann besser. Du bist die drei. Ja. Was kommt dir dann fremd vor, wenn du deine linke Hand benutzt? Ey, wir haben's. Oh, shit. Guck mal, ey. Oh, was? Zauber! Geil. Zack. Ich hab Doom studiert. Toll, da sind wir jetzt mal hin. Was denn das studiert? An welcher Unkann hast du das hier? Was ist das für ein Studieren denn, ne? Was ist das für ein Studierendgang? Fuck. Boah, ich studier Doom im 8000-Matter. Aber Doom hat ne interessante Technik. Doom ist mega... Mit den Fingerspitzen. Mega interessant. Ey. Yeah! Jaaa! Man kann auch eine Hand zu jubeln, hat man immer noch. Ich glaub, ich spiele es über eine Hand abwechselnd. Ich weiß, wie es geht. Ich hab mehr Kontrolle, als wenn ich jetzt... So wie ich es am Vorlesen denke. Das ist mir egal. Schiebt da gerne. Ja, fuck. Da hatte ich jetzt nur eine Hand. So. Okay. Ey, wer kickt mich denn da weg? So, einfach nur hinschieben. Das funktioniert auch. Ja. Upsi. Shit. Das ist keine Position. Oh. End of fuck. Und... Jawoll! Das war's. Das war's. Wir haben gewonnen. Nein! 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 Herzlichen Glückwunsch. Tja. So. Aber most dangerous. Einer von uns war most dangerous. Achso, du musst alles nochmal aufschreiben, ne? Ja. Gut. Die ersten drei Punkte. Schön, dass wir Teams gewechselt haben. Ja. Fände ich auch, ne? Du hast dich sehr gut geschlagen. Danke. Löscht du einfach die Tabelle? Hm? Ist so wahnsinnig. Die brauchen wir vielleicht nochmal. Gut. Ähm, nächste Runde. Komm Flo. Beziehungsweise nächste Partie ist Team 3 gegen Team 4. Also die, die jetzt eben gerade nicht gespielt haben, logischerweise. Mensch. Das ist ja was. Das ist ja was. Komplett Außergewöhnliches. So, hier ist, das ist links und rechts, oder was? Kreis 4. Wir müssen einfach, wir müssen jetzt, das was wir gerade mit zwei Händen mit einer Hand gemacht haben, nur das. Aber wir spielen jetzt, spielen wir jetzt mit zwei Händen oder mit einer? Einer. Einer? Ja. Und das geht? Ja. Nee, das geht nicht. Na doch. Ich hoffe, es fällt euch einfach ein. Ja, aber muss man nicht den Start runterbiegen und gleichzeitig nach links, damit da was passiert? Nö, du kannst ja einfach Anlauf holen und so. Kannst du ja schon mal machen. Ich mach einfach so. Kannst du auch machen. Das sieht aber auf jeden Fall nicht gemütlich aus. Um Gemütlichkeit geht das auch nicht. Dass dir hier Gemütlichkeit an erster Stelle steht. Ach so. Haben wir gesehen. Was macht ihr denn hier mit den Jungs? Moritz, das war unser Problem. Das ist der Stab und du bewegst dich mit den Dingen. Okay. Flo intensifies. Willst du noch einen Charakter auswählen? Ja, nimm mal um. Das ist schön. Hey Ladies, sucht ihr noch einen Charakter aus? Wir müssen uns jetzt einen Charakter aussuchen. Ich kann nicht. Drück mal A. Mach mal A. Was? Du wirst L1 und R1 drücken zum Bestätigen. Okay. Ähm. Das ist so. Die linken Schultertasten. Ja, doch. Das ist doch eins. Die linken Schultertasten. Die linken Schultertasten bitte drücken. Machen wir doch. Seid ihr doof? L2 und L1. Bei uns stand Ready bei euch nicht. Was macht ihr denn? Ready? Ready. Wo bin ich denn? R1. Eben ist L1 und L2 gesagt. Ja, echt? Nein. Doch, ja. Wir haben L1 und L2. Egal. Gut. Moment. Ich wollte nur nicht, dass ihr schon wieder gewinnt. Hä? Welcher bin ich? Ach der. Ich bin der Dreier. Ach so. Ich bin schon auf der anderen Seite. Das machst du gut. Ist das dumm. Okay, ich weiß nicht, was ich hier anstelle. Okay. Ich will nach oben zeigen. Dankeschön. Wer mich doch immer geläffelt hat. Aua. Oh nein. Hoch den Lumpen. Oh Gott, ist das furchtbar. Komm, wir schieben einfach. Ja, ich krieg das Ding noch nicht mehr zu hoch. Schieben ist die sichere Variante, ganz ehrlich. Ah, fuck. Ja. Okay. Ich muss das da rüber machen. Oh Mann, man muss seinen Stab ja auch noch hoch halten währenddessen. Oh Gott. Wäre besser. Das, das muss man immer sagen. Komm, ich mach einfach währenddessen, ich mach einfach dumme Grimassen. Mich immer den Stab hoch halten. Falsche Richtung. Hoch halten. Kann ich lassen. Was zum Teufel. Ich schieb ihn weg. Oh Mann. Schieb den weg. Oh, ich hab mega Anlauf genommen ey. Das war ich. Du bist der andere. Nein, ich bin da. Du bist der mit der drei. Der da? Ja. Aber ich hab es noch nie geschafft zu springen. Ich war es nicht. Team Süß. Das war. Scrappy Heinz sagt Team Süß gegen Team Sauer. Fuck. Schieb das Ding jetzt da rüber. Ich halte Flo auf. Ich hab den Ding noch auf. Mach hoch im Fall. Sag Stab. Sag Stab. Sag Stab. Sag Stab. Sag Stab. Ich kann nichts sagen. Egal was ich drücke. Jetzt hört man mal rum zu döbeln und kick den Scheiß. Spannendes Ding ey. Oh, F***. Ja, danke. Vielen Dank. Einglisch, die haben den Stab. Geh weg. Ja, guck mal Flo. Ich hab was gemacht. Ja, tue es weiter. Oh, geil. Yes. Ja, Mann. Oh. Eine Minute nur noch. Noch ein Kick. Noch ein Kick. Yes. Oh, aufgehalten. Und geschoben. Ey, wir können noch. Nein. Oh. Shit. Yes. Nein. So, und jetzt schnell nach vorn und nochmal kicken den Scheiß. Ui. Knappes Ding. Und lasst euch nicht wegdödeln. Ich bin weggedödelt worden. Oh, shit. Lauf, Moritz. Oh, was? Oh, was? Ich hab die Beine ausgenockt. Ey, das ist so unsempathisch. Dieses Level ist einfach scheiße. Oh, shit. Oh, Doppelshit. Ey. Der Partner könnte helfen. Kick jetzt. Und? Ja. Ja. Ich sag ja, es lag an Sand rum, Mann. Natürlich. Kann ich nicht bestätigen. Dankeschön. Das war mir wichtig, ja. Komm. Komm. Alter, ist der... Könnt ihr mal auf unsere Hände... Zehn Stunden später... Egal. Der hängt den Tag zwischen uns. Sechs, sieben, fünf, vier, ne... Ich will den noch machen. Ich will den noch machen. Komm. Oh, nein. Oh, nein. Du, 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 du. Sehr gut. Oh, Mann. Verdammt. Hu. Wir machen's beim nächsten Mal besser. Aber ihr wart hier. Most Dangerous. Und einer von euch war ein Camper? Moritz und Flo, ihr könnt sitzen bleiben. Cool. Jetzt machen nämlich Bella und ich euch fertig. Aber einer von uns war auch nix. Ich wahrscheinlich. Na, das könnte auch ich gewesen sein. Most Deaths? Weiß ich nicht. Ach so, ja. Das war wahrscheinlich ich. So. Einfach Rematch oder Setup Game? Setup. Oh, Mann, ey. Wie kniehst du so geil, was wir jetzt spielen? Ach so, genau. Ach so, ja. Stimmt, Herr. Warte, ähm. Heißt der eigentlich Tide-Watt oder Tide-Twatt? Ja, ähm. Oh, sorry. Ähm. Lässt du es. Lässt du es. Aus gutem Grund. Ich glaube der. Ich weiß es nicht. Aber der ist wärmer. Der ist wärmer. Sein Beleg. Ja. Okay. Oh, Duna durchgelaufen. Aber ich mach hier mal alles tot. Alles für mich, warte mal. Da, beide tot. Ich mach gar nicht. Komplett anders. Aber auf. Das ist doch dieses doofe Level, wo man... Ah, shit, ey. Ich komm gar nicht zurecht. Sag mal. Ich krieg... Nein. Fick. Scheiße. Mit meinem Dödel nicht klar. Set no one ever. Das hat bestimmt schon mal jemand gesagt. Bestimmt. Ja, und dann ist er eine Frau geworden. Äh. Ist nicht so schlimm. Flotz-Twists. Ich bin gar nicht woanders. Ey, ich bin da oben. Ja, komm. Eugen soll auf jeden Fall mehr kuscheln. Aua. Ich vergesse immer zwischendurch mal wieder... Ey, ich bin... Ah, hier! Oh, nein! Oh, nein! Nein, falsche Richtung. Ich weiß immer noch... Kick, 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 kick! Alter! Mach, mach! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich vergesse immer das. Ich komm zu uns. Oh, was? Oh, fuck! Ah! Oh, fuck! Oh, nein! Oh, ja! Okay, ich trau mich so warm. Oh, was? Was? Ich schiebe einfach mit dir da dran. Schiebung. Schiebung. Okay. Oh! Oh, Mann! Ich trau doch voll gegen seine. Oh, Mann! Ich trau doch voll gegen seine. Oh, Mann! So ne dumme Idee an einem Controller. Oh, jetzt... Sandro, jetzt hör doch mal auf. Bum! Ey! So, jetzt komm ich aber richtig... Vergesst mich immer zwischendurch. Ja! Voll, ne? Mann! Haut mal ab! Ich will immer mit dem Stick laufen. Was ist das denn, ey? Was? Mann! Will ich schon gar nicht mehr! Was? Oh, come on! Ah, nein! Kriegt eure Steuerung unter Kontrolle. Nein! Das ist ja nicht mit abzusehen. Wie denn? Ja, wenn alles drauf haben... Geht tot! Dann sitzt jeder tot! Ja! Boah, noch einer? Yes! Ja! Ja, sieht gut aus. Wenn wir noch einen so machen... Mach mal! Dann ist sichere Nummer. Ah, falsche Richtung! Oh! Ne, das war nicht gut. Oh! Ich bin tot. Was liegt an dir, Flo? Mann, ich flieg immer viel zu hoch! Oh, was? Das war doch wohl abgewehrt! Das ist jetzt die Chance. Was? Mann, wieso? Hä? Mann, dieser dumme Pimmel! Was ist die? Oh, fuck! Ich bleib her! Zerstört! Liegt's wohl an mir! Oh, ist das doof! Dieses Drecks! Wieso bin ich da gestorben? Oh, oh, oh! Oh, safe! Oh, das war knapp! Gerade so mit der Spitze! Oh, fuck! Just the tip! Oh, was? Ich bin knapp vorbeigeflogen! Aber das ist dieses typische Köpfer-Problem, ey! Nein, wir dürfen jetzt nicht! Nein, 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 nein! Eigentlich müsste... Oh, ich wurde... Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, das sieht schlecht aus! Drei! Oh, okay! Ja, es reicht! Es reicht! Es reicht! Sehr schön! Ja! Du bist ein Nemesis nicht versiegt! Ey, wir haben schon sechs Punkte! Sehr gut! Ah! Ah! Wer spielt jetzt zwei gegen vier, wa? So! Nächster ist zwei gegen vier, das ist richtig! Das sind Doom und Dima gegen Chiara und Wirt! Doom und Dima! Alles klar! Nun... Heißt Team Sandro und Bella eigentlich Sanella? Oh nein! Keine Werbung, bitte! Keine Werbung! Ich wollte jetzt auch gerade die Wärme testen! Team Salmonella! Salmonella! So! Okay! Schultet! Zusätzlichen Tasten benutzen! Win, 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 win! Oh ja! Das müsste... Links müsste... Nee, rechts... Schade! Also wieder der hier! Brauchen wir nicht verwenden! Ob das funktionieren wird? Setup? Ey, vielleicht gewinnen wir diese Runde! Ich kann nicht... Ich dachte mir vielleicht... Unfassbar! Ihr habt eine sehr gute Chance! Aber die Badges... Sag Bescheid, wenn jemand gewählt hat, der dir zuschaut! Ich gehe auch nach Hause! Okay, cool! Ich fühle mich immer als... Den muss man sich ja auf langer Basis... Warum auch nicht? Du bist jetzt auch Marco? Ich bin Marco! Ich bin auch Marco! Aber... Gut... Einst waren wir Freunde, doch jetzt sind wir Feinde! Fuck! Und schon tot! Ey, wir haben dann nur noch zwei Partien! Danach! Schade! Wir können auch noch das komplizierte spielen! So ist es nicht! Nein, 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 nein! Oh! Ach shit! Ach man ey! Also wir zumindest! Ich bin tot! Ich bin tot! Kommst du? Ich bin tot! Ich weiß gar nicht mehr, wer das war! Aber da komme ich zu safe! Sandra hier steht, Bella sollte Doppelpunkte bekommen, weil sie alleine gegen zwei werden müssen! Oh! 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 Oh Scheiße! Oh, hey! Oh! 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 mit reinzuholen im Spiel und so, aber nein, der ist nur Quatsch geworden. Die hat die Meinung geformt. Horitz, hast du schon mal überlegt, einen YouTube-Kanal zu eröffnen? Scheiße. Äh, nee. Wer fühlt denn? Doom und Dima? Nee. Aber sollen wir gemeinsam einen eröffnen? Wir können so einen YouTube-Kanal rund ums Gaming machen. Rund ums Gaming. Competition! Ich glaub, dieses Ding Competition ist, läuft bei uns. Okay. Nein! Scheiße. Sorry, dass die Kontrolle sind. 2-0. Ähm, wer fühlt 2-0? Ja, wir. Und Kiara. Wir haben aber voll viel Zeit. Vielleicht machen sie es frühzeitig klar. Wie ein Blitzkrieg hier. Wie ein Blitzkrieg? Äh, bitte was. Entschuldigung. Wir sind hier ein nicht historisch korrekter Sender. Boah. 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 Wie auch? Zwei von zehn Männern haben es hochgegeben. Ah, diese Sache. Ich hätte jetzt gerne gedacht, mein Mist zu machen. Jetzt schenke ich mir gerade so einen Blitzkrieg vor, wir alle mit so riesigen Luststäben aufeinander losgehen. Oh Mann. Oh Mann. Das gab's doch bestimmt schon mal. Oh Mann. Was ist das denn? Nein, nein, nein. Wo spring ich hin? Nein, nein, nein. So, Leute. Ja, das war eher random. Eine Minute nach. Wir wurden einfach nur gespawnt. Oh, komm da doch einfach ran. Was ist das hier für ein Fake? Oh Mann. Es sieht so geil dumm aus. Oh Mann. Oh, immer die Fresse. Das ist auch ein guter Hals. Auf jeden Fall. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Aber Team Bella Sandro, die sind immer nach vorne. Haha. Jetzt flohnt Moritz gegen Doom und Dima. Also Doom und Dima. Okay. Okay. Lol. Oh Mann. Oh nein, ich muss auf dieser Seite sitzen. Ich hab mich an die beiden gewöhnt. Ja, ich auch. Das sind meine Freunde. Ich hab mich vor allem an dich gewöhnt. Ja. Einmal. Weißt du? Wer are most goals? Ja. Wir können noch. Nee, wer der krasseste in dem Spiel war. Alles klar. Ähm. Jetzt Marco hat sich auf jeden Fall Pech. Aber wo sind jetzt die da, ne? Ja. Dann nehm ich mal Adventurous Homes. Okay. Das könnte funktionieren. Ich weiß nicht wer ich bin. Ich weiß nicht wer ich bin. Danach spielen wir nochmal. Mhm. Dann können wir alles klar machen. Und zwar gegen... Ohhhh. Naja, Kiara und Wirt. Was? Gegen uns? Ja. Ich bin der, der da komisch rum... Ach ja. Oh, dumm, falsche Richtung. Das ist okay. Blocken, sehr gut. Also müsst ihr uns gewinnen lassen. Genau. Aber ich komm gleich wieder. Ich hab beide getötet. Das kann ich. Nein, gebt euer Bestes. Das sollte reichen. Boah. Sie? Ey, was ist das hier für ein Scheiß? Ihr benutzt ja auch beide Hände. Geh weg. Ich benutze nicht beide Hände. Ihr benutzt beide Hände, Mann. Nein. Alle Teams benutzen die Playstation ausmachen. Die Playstation verboten. Beide Teams benutzen beide Hände. Ich benutze nicht beide Hände. Kein Wunder, dass die Controller so beahnt. Deswegen bin ich so schlecht. Kein Wunder, dass sie so schlecht spielen. So. Ich bin nichts. Oh nein. Oh nein. Zweites Eigentor. Ich will eigentlich nur, dass schnell vorbei ist. Ich will eigentlich nur, dass schnell vorbei ist. Ich will auch. Das wäre auch schön. Es tut mir sehr leid, wenn es gebraucht hat. Ja, Mann. Oh, diese Stangen. Das habt ihr bestimmt nie mehr hochgekommen. Aber vielleicht Zero. Die Antwort ist ja. Ich komm jetzt rein. Ich komm jetzt rein. Ich komm jetzt rein. Vielleicht auf sieben. Das ist der. Ja, Leute. Ihr spielt auch mal. Das ist der. Wir spielen mit zwei Händen. Team Schweine. Nein, nein, nein. Wir spielen nicht mit zwei Händen. Boah, Team Doppelhand. Es ist scheißegal, weil... Das einzige, was ich mache, ist... Ich will dich nicht unter Druck setzen. Mensch. Ich mag dich auch noch ein bisschen. Einfach, ne? Aber es wäre... Achso, müssen wir nach hinten. So. Nice. So. Geste Partie für heute, oder was? Ach, schade. 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 Okay, wir müssen es verhindern. Oh. Bin ich gegengelaufen. Es geht um Platz eins, oder was? Ja. Ja. Wir müssen es verhindern. Sollen die beiden Punkte gleich? Ne, aber wenn wir jetzt aufschließen, dann gibt es drei Teams mit sechs Punkten. Oh, das wäre doch schön. Wie nehmen wir denn, ähm... Marco? Oh, ich glaube nur noch der Chatbot ist im Chat. Haben wir alle verloren? Ding Dong, die Hexe ist tot, der Song? Also nicht der, sondern der im Menü? Kannst du was werden? Alter. Jetzt sind wir wieder da. Sind die das linke Team? Bella und Sandro? Ne, wir sind rechts. Wir sind rechts. Team Viara. Ich drehe kurz meinen Star. Ähm... Scheiße. Ah! Okay, ich bin die Nummer neun. Mhm. Du bist Nummer drei, das ergibt gar keinen Sinn. Naja. Mein ganzes Körpergewicht in diesem Dödel rein. Fuck. Aha. Ja, äh... Das ist schon richtig so... Das entspricht den Regeln. Das entspricht den Regeln. Die Interessen hat andere keinen Regeln. Ah fuck, man. Das wird ne harte Partie. Ich finde das so verscheuert, wenn der andere auf dem Stab rumläuft. Und einen dadurch blockt irgendwie. Mega nervig. Team Bela oder Team Seller? Ja. Ja, aber dann bist du ja eh schon tot eigentlich. Ah, wieso komm ich denn gar nicht klar? Eben. Das ist richtig dumm. Oh, ey, nice. Wie ist das denn? In die Richtung. Nichts. Hier ist ein Zitat mit dem ganzen Gewicht mit dem Dödel rein. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Schöner Block. Jetzt nochmal nachtreiben. Nachtreiben. Wie weit ich immer fliege. Also bei dem Spiel gibt es bestimmt ein, zwei Abtreibungen auch. Die ganze Zeit schon, ey. Oha. Aber hier müssen wir... Bin ich richtig rum. Aber hier müssen wir doch Sundease machen dann eigentlich. Wie Sundease. Na ja, vielleicht 4-0-0. Kann ich den Stab unten? Ja, das geht's. Ach shit. Man kann den auch unten rein tun, ja. Hihi. Einfach... Ey, das sieht aber gut aus. Oh, schön. Sieht richtig nach Sport aus. Als ob du zwei hinten spielen würdest. Als ob du zwei hinten spielen würdest. Als ob du zwei hinten spielen würdest. Jaaaa! Jaaaa! So, weiter. So muss das. Attacke! Vorbeigesprungen. Ey, mein Herz rast. Das ist packend. Nein, Wolf7. Heute ist nicht der Tag des schlechten Peniswitzes, sondern der Tag des guten Peniswitzes. Ich würde sagen, heute ist einfach ein RBTV-Freitag, oder? Ja, das stimmt. Klassisch. Ja, ja. Klassisch. Und dann noch Brückentag. Und dann noch Brückentag ist ne gute Mischung. Ja, echt. Alle Chefs sind auch im Bett schon. Ja. Keiner hat irgendeine Kontrolle drüber. In der Regie ist Paul. Der ist auch schon mal so ein Maltschein. Und Krogi natürlich. Hey, Krogi und Josi. Ich bin ganz in Ordnung. Josi macht gerade hier harte Fotos. Das ist ganz geil. Was macht ihr denn für Fotos? Wir machen hier ein hartes Bewegtbild. Oh shit. Fuck, ich bin down. Das ist unser zweiter Punkt. Oh, oh, oh. Warte. Oh, ich wurde erledigt. Okay, ich wollte ihn erledigen. 20 Sekunden. Wir dürfen jetzt nicht einfach mal kurz in der Scheune verschwenden, oder? Ja. Ja, ich sollte mich nutzen. Oh, noch 14. Mich interessiert jetzt nicht, ob es Chiara oder wir. Ich habe mal 2 Punkte besser. Jetzt müsst ihr den aber, ne irgendwie. 8 Sekunden. Scheiße. Wo bin ich denn? Das müsst ihr eigentlich machen jetzt. Ja, einfach blocken. Ja, wenn sie ihn jetzt noch blocken, dann... Und das ist der Siegel. Jaaaaaa! Jaaaa! Hey, jetzt vielleicht! Ich möchte dich auch nicht, ich möchte dich auch nicht. Ich glaube nicht. Danke, Moritz. Es ist doch mehr so leid, es ist doch nicht so leid, als ob es so leid ist. Jetzt haben sich zwei gesündet. Habt ihr stark gemacht, habt ihr stark gemacht. Wann bin ich fertig? Der Abend hat gut angefangen, stark. Also als ich aus Satros Team geworden wurde. Das hat sich gelohnt. Was soll ich sagen? Ey, wir sind durch, oder? Wir sind so was von durch. Ich würde ein schweres Spiel ausprobieren. Das kannst du gerne alleine machen. Das kannst du auf-air machen, kannst du auch alleine machen. Wir gehen auf jeden Fall alle schön weg. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Einen guten Tag. Hat viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, das machen wir nie wieder. Also, liebe Leute, schönes Wochenende. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis bald. Tschüssi. für Sie nachdenken nein. growingiver til die Stadt. Tschüssi. IA Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.